Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Sverrison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit. Darf es ist Berger, Tor! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Einen schönen guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, gleich mal die Frage, wie sieht es aktuell an der Poster-Postfront aus? Also, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, wir haben auf Telegram grandiose Mario-Gommes-Poster verlost und du bist jetzt derjenige, der das Ganze irgendwie verpacken muss und dann an die glücklichen Gewinner senden muss. Wie sieht es da aus? Wie sagt man so schön? Ich bin dran. Nee, ich bin ganz ehrlich, wirklich dran. Hending. Genau, wir haben glaube ich alle Adressen bekommen, alle acht Stück sind da. Was ich natürlich jetzt noch nicht gemacht hatte und jetzt dann vorgestern nachgeholt habe, war das nötige Verpackungsmaterial zu organisieren. Das dürfte morgen ankommen und dann geht der Versand auf jeden Fall morgen oder übermorgen über die Bühne, sodass die Poster, wenn es gut läuft, am Wochenende schon bei euch sind. Ja, guck mal, das klingt doch nicht schlecht und wir können gleich darauf hinweisen, dass es schon bald die nächste große Verlosungsaktion gibt hier bei STR, denn wir werden, wie wir das regelmäßig tun, unter unseren Patreon-Unterstützern am 23.12. wieder was Schönes verlosen. Also, es wäre nicht schlecht, wenn ihr dann so ein kleines Auge auf Patreon werft, denn da werden wir euch dann natürlich darüber informieren, was ihr tun müsst, solltet ihr der glückliche Gewinner sein. Also, für alle, die uns bei Patreon unterstützen, mal am 23. bzw. am 24.12. passenderweise auf Patreon vorbeischauen, in der Inbox nachschauen, ob wir euch eine Nachricht zukommen lassen haben, denn dann seid ihr der glückliche Gewinner. Also, unter allen Patreon-Unterstützern werden wir, wie gesagt, am 23.12. beim Fanradio, das wir anlässlich des DFB-Pokalspiels gegen Freiburg abhalten werden, ich würde mal sagen, eine große Überraschung unters Volk bringen. So könnte man es sagen. Eine große Überraschung war auch der Spotify-Jahresrückblick. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht der große Spotify-Kunde, also ich beziehe meine Musik über iTunes Music. Ja, deswegen wusste ich gar nicht, dass es da so tolle Tools gibt bei Spotify, sodass man am Ende sich irgendwelche Bildchen rauslassen kann und die durch die Weltgeschichte schicken kann. Wir haben einiges von euch bekommen, viele Lobpreisungen, möchte ich mal so sagen, in unsere Richtung. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auch ein bisschen was gepostet, aber nicht alle Bildchen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir machen das natürlich deshalb, weil der ein oder andere, der uns auf Social Media folgt, dann vielleicht denken könnte, ja, ich habe es dann, glaube ich, verstanden. Also, deswegen, wir haben ja nicht ausgewählt, wen mögen wir am meisten oder, keine Ahnung, welchen Post finden wir am wertvollsten. Nein, das war halt einfach am Anfang, dass wir da ein paar retweetet haben und dann später uns einfach so bedankt haben. Aber auf jeden Fall ein herzliches Dank auch für die vielen, vielen netten Nachrichten. Also, es ist wirklich für mich persönlich erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar, warum so viele Leute uns hier zuhören. Aber, tja, ich weiß nicht, also es ist halt so. Deswegen muss ich jetzt damit klarkommen und du auch. Genau, das freut es auf jeden Fall, dass es so viele sind, die, ja, dann so viele Minuten der STR hören. Also, das ist ja Wahnsinn. Absolut. Und weil wir relativ viele Hörer haben, können wir wirklich dann auch hier schon wieder was vermelden, das hier und die Hörer wahrscheinlich nicht rausgefunden hätten. Denn es gab ja in der letzten Ausgabe die große Frage, was ist eigentlich mit diesem Regionalliga-Südwest-Logo los? Ja, also, vielleicht erinnerst du dich noch, es gab das Logo, von dem wir zunächst erstmal gar nichts wussten. Man sah einen Fußballspieler und dann bin ich der Meinung, waren es sieben Sterne, die ausgefüllt waren und zwei Sterne, die nicht ausgefüllt waren, farblich. Und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Also, da muss ja irgendwie eine Bedeutung dahinter stecken. Und es ist natürlich so, es steckt eine Bedeutung dahinter. Erstmal zum Fußballspieler, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Also, der schaut übrigens in Richtung Südwesten. Gut, das macht Sinn, ja. Macht Sinn irgendwie, genau. Und dann wird hier die Erklärung geliefert, die sieben blauen Sterne symbolisieren die beteiligten Landesverbände. Also, bei uns waren es halt weiße Sterne, aber ich denke mal, ja, das ist halt damit gemeint. Und dann habe ich erstmal nachgeguckt, was sind denn eigentlich die, oder welche Landesverbände sind denn das? Ja, und dann habe ich festgestellt, natürlich der Württembergische Fußballverband, dann der Badische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband, der Hessische Fußballverband, der Südwestdeutsche Fußballverband, der Fußballverband Rheinland und der Saarländische Fußballverband. Die gehören zu den sieben Landesverbänden, die praktisch mit dem ausgefüllten Stern auf dem Logo vertreten sind. Und dann gibt es noch die zwei Sterne, die nicht ausgefüllt vertreten sind. Und die repräsentieren die Regionalverbände, und zwar den Süddeutschen Fußballverband und den, oder die Fußballregionverband Südwest. So, dann könnte man das auch noch aufklären, guck mal an. Ja, unfassbar, allein schon wie kompliziert das Logo ist, wenn man sieht, was für Verbände. Also, es gibt den Südwestdeutschen Fußballverband, den Süddeutschen Fußballverband und den Fußballregionalverband Südwest. Also, das ist ja irre. Aber da hat sich dann jemand bei dem Logo zumindest richtig viele Gedanken gemacht. Wahnsinn. Der größte Skandal für mich ist eigentlich, dass es zwei badische Fußballverbände gibt. Also, das ist, da müssen wir noch mal drüber reden. Also, warum es einen südbadischen und einen badischen Fußballverband geben muss, das muss mir mal jemand erklären. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, Spaß beiseite, natürlich. Also, jetzt nicht uns anschreiben und die nächste Erklärung liefern. Das war jetzt einfach nur ein kleiner Witz am Rande, wenn man das mal so sagen darf. Gut, dann kommen wir schon zur Partie gegen den SV Werder Bremen. Von uns begleitet mit dem Fanradio. Das könnt ihr euch auch noch mal anhören, wenn ihr es verpasst habt, auf den diversen Plattformen. Wenn nicht, werden wir jetzt darüber sprechen und dann werdet ihr eigentlich, glaube ich, das meiste sowieso über uns jetzt hier in diesem Segment erfahren. Sebastian Pellegrino Materazzo sagte nach dem Spiel, es sah anders aus als zuletzt, aber es war eine reife Leistung. Der Mannschaftsgeist war sehr intakt, wir haben kämpferisch stark dagegen gehalten. Ja, was sagst du denn zum Spiel? Also, konnte dich der, ich würde mal sagen, etwas gezähmte VfB trotzdem begeistern? Ja, er konnte mich begeistern, jetzt nicht unbedingt aufgrund der Offensivpower und der Kreativitäten des Tempos, was wir in den Spielen davor oftmals gesehen haben. Aber genau durch die Qualitäten, die die Materazzo auch anspricht, Mannschaftsgeist, Kampfgeist, das war besser als zuletzt, als die Mannschaft dann halt, gerade Frankfurt-Hoffenheim, in der zweiten Hälfte große Probleme hatte. Und diesmal, ja, hat man es ja wirklich geschafft, Bremen von den ersten zehn Minuten vielleicht mal abgesehen, so gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und das nicht, weil man so wahnsinnig gut gespielt hat, sondern weil man wirklich dagegen gehalten hat. Also, diese Widerstandsfähigkeit, die in der anfänglichen Saisonphase ein bisschen fehlte, die war gegen Bremen jetzt erstmals so richtig da. Und das hat mich schon begeistert, weil das eine Qualität ist, die wir bislang nicht gesehen haben. Und ich hatte ja in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt, ja, sie müssen sich belohnen. Und wenn du halt gute Leistungen abrufen kannst, dann müssen auch Punkte rausspringen. Und diesmal hat man es geschafft, mit einer, ich würde sagen, eher mittelmäßigen Leistung, wenn man sich die ersten zehn Spiele des VfB anguckt, drei Punkte zu holen. Und das hat mich tatsächlich begeistert. Also, wir haben ja schon häufig den VfB dafür gelobt, dass sie sehr flexibel agieren, viele verschiedene Systeme spielen können. Und zum ersten Mal war ich auch wirklich davon begeistert, wie der VfB defensiv auf, ja, einfach einen Gegner reagieren kann. Und zwar relativ schnell. Also, Materazzo hat das später dann auch nochmal bei der Pressekonferenz aufgeschlüsselt. Aber man hat schon gesehen, dass die Bremer gegen den VfB anders zu Werke gegangen sind, als sie das in den vorangegangenen neuen Spielen in der Bundesliga gegen andere Gegner getan haben. Also, das fing schon damit an, dass die Bremer eben hinten dann auf Viererkette gesetzt haben und nicht wie bislang auf Fünferkette. Das hat dem VfB dann auch erstmal so ein paar Probleme bereitet. Dann haben sie das Mittelfeld relativ dicht gehalten, sodass der VfB nicht wie gewohnt über Endo, Mangala dann die offensiven Spieler davor, wie zum Beispiel in Gonzalo Castro, anspielen konnten. Der dreht dann auf. Wir kennen das Spielchen. Natürlich ist dann auch Kadajic so ein Anspielpartner gewesen von Castro oder Endo oder Mangala. All das hat nicht so ganz gut funktioniert, wie man das gewohnt ist. Der VfB musste sich da was einfallen lassen, brauchte auch einen kurzen Moment. Man hat zum einen gesehen, dass Materazzo, das war zumindest mein Eindruck beim zweiten Mal anschauen des Spiels, dass Materazzo noch während dem Spiel in der Anfangsphase Sosa etwas weiter nach hinten gezogen hat. Also, man hat schon wieder mit dieser situativen Viererkette gespielt. Je nachdem, ob man eben in Ballbesitz war oder dann gegen den Ball arbeiten musste, musste halt Sosa mehr defensiv bzw. dann eben Offensivaufgaben erfüllen. Und trotzdem war mein Eindruck, dass Materazzo relativ früh Sosa signalisiert hat, bleib mal etwas weiter hinten. Damit hat er, das war auch wiederum jetzt mein sehr subjektiver Eindruck, damit hat er dazu beigetragen, dass das Bittenkont nicht ganz so zur Entfaltung kam. Und der VfB dann mit zunehmender Spielzeit auch über die Außen, sag mal, gefährlicher geworden. Also, wir haben das, glaube ich, auch während dem Spiel ein, zweimal angesprochen, dass gar nicht so viel über das Zentrum läuft, sondern das meiste über Außen. Und ich glaube, das war dann irgendwann mal die Erkenntnis von Materazzo, durch die Mitte wird es nicht gehen, wir müssen über Außen kommen. Und ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist auch hier wieder die Flexibilität der Mannschaft, des Kaders, der unterschiedlichen Spieler, die auch gefühlt jede Position spielen können. Also, das ist echt eine absolute Stärke des VfB Stuttgart. Und das verstärkt auch meine Hoffnung, dass das, was wir gerade aktuell sehen, dass das nachhaltig ist. Also, dass man als Gegner den VfB nicht einfach mal so ausgucken kann und sagen kann, ah, okay, wenn wir dem irgendwie jemanden auf den Fuß stellen, dann lahmt das komplette Spiel. Sondern der VfB hat unterschiedliche Varianten, vor das Tor zu kommen und auch, haben wir jetzt ja gesehen, den Gegner zu verteidigen. Ja, also das war schon beeindruckend, muss man sagen. Ja, weil Bremen ja wirklich anders gespielt hat, du hast es schon erwähnt, als bisher in der Saison und wirklich auch sehr mutig angefangen hat und gar nicht dieses abwartende Spiel gezeigt hat, was man im bisherigen Saisonverlauf von ihnen oft erlebt hatte. Und ich glaube, Kohfeldt hat es ja im Vorfeld so ein bisschen angekündigt, aber klar kann ich, hat den VfB und Materazzo vermutlich etwas überrascht, aber er hat in dem Fall dann wirklich sehr schnell reagiert. Und ja, nach diesen zehn Minuten am Anfang hatte der VfB dann die Geschichte eigentlich auch ganz gut im Griff. Absolut, also die zehn Minuten müssen wir natürlich ganz kurz thematisieren. Da war ich schon ein bisschen überrascht, wie früh die Bremer den VfB unter Druck setzen. Also, dass Bremen auch ein gutes Pressing spielen kann, hat mich jetzt nicht so überrascht. Das haben sie auch, glaube ich, würde ich sozusagen durchziehen können über die kompletten 90 Minuten. Nur am Anfang waren sie wirklich sehr, sehr früh dran und haben den VfB da immer wieder vor Probleme gestellt. Und in der fünften Minute gab es ja dann gleich auch die erste große Chance für Osaka. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war es eigentlich auch die einzige Chance, die einzige richtig große Chance für Bremen im gesamten Spiel. Da war es dann so, dass statt auf Silas oder auf Kobel zu spielen, Mafropanus versucht hat, Endo im Zentrum anzuspielen. Also, das war eine Entscheidungsfindung von Mafropanus, die muss man schon in Frage stellen, weil Endo wirklich eigentlich gut gedeckt war von Osaka, beziehungsweise der sich so aus dem Rückraum gerade an Endo vorbei gemogelt hat. Also, das war einfach aus meiner Sicht jetzt ein vermeidbarer Fehlpass von Mafropanus. Osaka macht das dann trotzdem gut, antizipiert das gut und läuft den Ball ab und spielt ihn dann weiter auf Sargent, der sich um Anton dreht und aufs Stuttgart-Tor zustürmen möchte. Und dann gibt es eine Situation, ich glaube, die hat dazu beigetragen, dass der VfB hier nicht das 1-0 kassiert hat, nämlich Osaka läuft dann den Ball ab und schließt aus 12 Metern ab, knapp übers Tor drüber. Ich glaube, wenn Osaka nicht dazwischen gegangen wäre und Sargent einfach sein Antritt hätte voll zur Geltung bringen können und Tempo aufnehmen können, ich glaube, dann hätte er den direkteren Weg zum Tor gehabt. Und ich glaube, dass die Abschlusschance größer gewesen wäre, wenn Sargent da hätte durchgehen können. Aber Osaka hat dann natürlich, sagen wir mal auf B, so ein bisschen um dieses 1-0 herumgebracht, indem er den Ball dann doch relativ weit übers Tor geschossen hat. Das sah zunächst knapper aus als angenommen, aber es war eine Riesenchance für die Bremer. Da hatten wir richtig Glück. Ja, ich war sehr, sehr froh, dass er drüber geschossen hat. Er wollte irgendwie, ich glaube, in den Winkel schießen, hat dann ziemlich deutlich verfehlt. Und wäre das einem VfB-Spieler passiert, hätte ich mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich bin der Meinung, als Bundesliga-Profi, wenn du aus 12 Metern einen relativ unbedrängten Abschluss bekommst, dann musst du das Ding aufs Tor bringen. Also, wenn der Kobel den rausfischt, okay, aber den einfach daneben zu schießen, das ist furchtbar. Und ich glaube, dass wir halt... Sorry, nee, nee, du musst erst mal den Satz beenden, sorry. Ich wollte sagen, aber wenn das Ding drin gewesen wäre, wäre es natürlich sehr, sehr schwer für den VfB gewesen, weil das war ja, glaube ich, genau der Plan der Bremer. Am Anfang wirklich Gas geben, nach Möglichkeit früh ein Tor schießen und sich dann hinten reinstellen und nur noch kontern. Und das wäre dann brutal hart geworden für den VfB. Insofern, vielen Dank an den Herrn Osako. Ja, und das wäre auf jeden Fall schwer geworden für den VfB. Man darf nicht vergessen, Bremen bis zum achten Spieltag nur mit zehn Gegentoren. Dann haben sie halt dieses Freak-Spiel gegen Wolfsburg absolviert, haben da fünf bekommen, jetzt gegen den VfB wieder zwei. Dann dreht sich natürlich die Statistik so ein bisschen zum Negativen. Aber man konnte schon sehen, dass Werder Bremen das Verteidigen zur großen Aufgabe in der Saison gemacht hat. Also das konnte man schon erkennen. Und ich glaube, das ist genauso wie du, dass Bremen hier früh in Führung gehen wollte und dann eben wieder zurück auf Fünferkette schwenken wollte. Und ich glaube, dann wäre es wirklich brutal hart gewesen für den VfB, hier zumindest einen Sieg einzufahren. Also ein Unentschieden kann immer irgendwie sein, gerade durch so einen glücklichen Elfmeter oder beziehungsweise vermeidbaren Elfmeter, den man aus Bremer Sicht, glaube ich, nicht unbedingt geben muss. Und aus Stuttgarter Sicht kann man da froh sein, dass man den bekommt. Weil da gibt es auch Schiedsrichter, die sagen, komm, das geht weiter. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja, also Stuttgart lauerte dann auf Umschaltsituationen beziehungsweise wartet da ab. Da kann man vielleicht auch davon sprechen, dass man ein bisschen cleverer agiert hat als in zurückliegenden Partien. Da war es ja so, wenn der Gegner den VfB früh unter Druck gesetzt hat, dass die Mannschaft sehr nervös geworden ist, dann auch viele Fehlpässe gespielt hat. Gerade gegen Hoffenheim konnte man das sehen. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass man dann aus den zurückliegenden Spielen schon was gelernt hat. Versucht hat, erstmal defensiv ordentlich zu stehen, wenig zuzulassen und dann eben, sagen wir mal, jetzt nicht ganz so riskant aufzubauen. Also das war für mich schon wieder eine Weiterentwicklung, die man da beobachten konnte. Und ja, also das hat mir wieder gut gefallen, dass der VfB da offensichtlich was aus zurückliegenden Spielen mitgenommen hat. Und da muss man sagen, nach anfänglichem Übergewicht der Bremer verlagerte Materazzo das Angriffsspiel nach außen. Und so bekommt der VfB dann mehr und mehr Zugriff. Wie war da dein Eindruck? Haben die Bremer dann nachgelassen oder der VfB ist dann einfach besonders gut gemacht? Sag ich jetzt einfach mal so nach 10, 12, 13 Minuten. Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem. Ich denke, die Bremer haben von Anpfiff an erstmal ein Tempo angeschlagen, von dem klar war, dass sie das nicht 90 Minuten gehen können. Der VfB hat sich ein bisschen besser darauf eingestellt, auf die Bremer Spielweise und vor allen Dingen die Formation und Taktik. Und ja, dann hat der VfB ja auch keine schlechten Spieler, wie wir jetzt festgestellt haben. Und er hat sich dann so zurück ins Spiel reingekämpft. Und ja, wie schon angesprochen, diesmal weniger durch die Mitte. Also Castro hat nicht so sein übliches Spiel machen können. Aber dafür haben halt die zwei besten Spieler in dem Spiel halt auf den Außen gespielt. Das waren Silas und Sosa, über die dann halt einfach relativ viel ging. Ja, absolut. Und was man auch sehen konnte, Endo hatte einen größeren Bewegungsreiter. Radius als in den zurückliegenden Spielen. Also man hat ihn dann auch häufiger mal in den Halbräumen gefunden oder gesehen. Und ich habe dann mal nachgeschaut. Normalerweise gucke ich mir die Kilometer, die abgespulten Kilometer eigentlich nicht mehr so sehr an, weil das eben sehr stark abhängig ist vom Gegner. Aber hier wollte ich mal wissen, ob mich mein Eindruck jetzt täuschte. Dann habe ich gesehen, dass Endo mit 11,39 Kilometer einer der Spieler war, die am meisten unterwegs waren. Ich glaube, drei Spiele des VfB kamen auf einen ähnlichen Wert. Er hat, ich meine, Mangala war noch mit dabei und ich glaube auch Sosa. Auch er war irgendwie bei diesen 11,39, 11,4 Kilometer zu finden. Also das war mein Eindruck, dass Endo sich da ein bisschen mehr bewegt hat, die Freiräume gesucht hat und dann wie gesagt auch mal auf die Halbräume ausgewichen ist. Also das hat er wieder sehr gut gemacht. Und ja, Endo kannst du irgendwie nie ganz so richtig aus dem Spiel nehmen. Also das ist immer ein Faktor, wenn es darum geht, aufzubauen. Das ist auch immer wieder ein Faktor, wenn es darum geht, was abzufangen. Also das wissen wir ja, aber er findet, wie gesagt, immer die Möglichkeit, sich irgendwie Platz zu verschaffen. Und wenn er den nicht hat, dann geht er halt mit dem Kopf durch die Wand. Das kann er auch sehr, sehr gut, aber das wissen wir ja inzwischen. Das stimmt. Und er ist ja so viel gelaufen, dass er zwischendurch sogar mal im Bremer Strafraum war. Ja, da kommen wir gleich noch dazu, wenn dann das 1 zu 0 fällt durch den Elfmeter. Ich wollte Silas Chance, die erste Chance des VfB, ja ganz kurz noch mit reinnehmen in der 13. Minute. Da war es nämlich so, dass nach einem Mafropanus-Fehlpass Koulibaly Eckestein gut unter Druck setzt. Auch etwas, was man von Koulibaly, ja, zu Beginn, als er dann die ersten Minuten bekommen hat in der Bundesliga, selten gesehen hat. Da hat es zwar schon immer so ein unorthodoxes Anlaufverhalten an den Tag gelegt, aber ich fand so im grundsätzlichen Zweikampf, weiß ich nicht, hat er sich jetzt nicht so gut angestellt. Das war immer so eher, also der Gegner war eher davon überrascht, was Koulibaly gerade macht und weniger beeindruckt davon, wie er jetzt unter Druck gesetzt wird. Gegen Eckestein hat er das ganz gut gemacht. Eckestein spielt dann einen Fehlpass, der von Castro abgefangen wird und dann landet der Ball bei Silas und der schafft es dann mit zwei, drei Körpertäuschungen bis kurz vor dem Bremer Strafraum zu dribbeln. Das ging relativ leicht und dann zieht er aus 17 Metern ab und da fehlt so ein bisschen Schärfe und Präzision in dem Abschluss von Silas. Ich glaube, da wäre schon mehr möglich gewesen. Das war eigentlich eine gute Chance, die dann schlecht ausgespielt wurde. Ich glaube, das ist auch noch etwas, an dem muss Silas arbeiten, der Torabschluss. Also da gibt es oft Möglichkeiten für ihn, die er dann nicht so gut abschließt, wie man das eigentlich von so einem Spieler erwarten würde, weil du merkst ja schon, dass das ein besonderer Spieler ist und nicht nur irgendwie so eine Eintagsfliege, die ab und zu immer einen guten Trick kann, sondern da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Aber Torabschluss kann sich noch ein bisschen verbessern, würde ich sagen. Genau, aber seine Chance in der 13., das war so der Augenblick, als der VfB sich so ins Spiel eigentlich eingecheckt hat. Da hat man gemerkt, okay, jetzt kann es eigentlich losgehen. Jetzt sind sie da und haben auch ihre Offensive gerade wieder entdeckt. Genau, und der 14. Azos hat dann nochmal eine Chance. Da gewinnt zunächst Silas einen Luftzweikampf nach einem Bremer Einwurf. Ganz wichtig, dann gerate ich jetzt hier gerade in Stocken, denn in meinen Notizen steht, über Uwe-Stationen verlagert der VfB. Ich vermute mal, dass ich hier irgendwie über zwei Stationen schreiben wollte. Also über zwei Stationen verlagert der VfB. Der Ball landet bei Sosa, der vom linken 16er-Eck aufs Tor schießt. Pavlenka wehrt den Schuss ab. Und ich habe mir die Szene mehrfach angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Gebre Selassie relativ früh runtergeht. Also Sosa hätte da vielleicht sogar mit dem Ball noch zwei, drei Schritte gehen können und hätte dann eine bessere Abschlussposition gehabt. Also auch hier kann man sagen, Sosa absolut mit aufsteigender Form, macht in letzter Zeit richtig gute Spiele. Torabschluss kann noch besser werden. Ansonsten geht auch hier der Daumen nach oben für den Sportskameraden Sosa. Grüße an die Twitter-Teile. Definitiv. So, nach 20 Minuten lässt der Druck der Bremer dann deutlich nach. Eigentlich ist das schon ein bisschen merkwürdig. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, weil Stuttgart macht schon viele Fehler, wenn sie eben früh angelaufen werden. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, ob man dann wirklich seitens der Bremer gedacht hat, Mensch, wenn wir jetzt hier komplett auf volle Kanne setzen, dann geraten wir dann doch vielleicht in die Situation, dass wir ständig Konter fangen und irgendwann ist das Ding mal drin und man rudert so ein Stück weit zurück. Das weiß ich jetzt nicht, ob das die Denkweise war von Kohfeldt oder ob es dann vielleicht irgendwie kräftemäßig nicht mehr gereicht hat. Aber es wäre schon merkwürdig, wenn nach 20 Minuten die ersten pumpen. Deswegen sei das mal dahingestellt. Und in der 29. Minute fiel dann das 1 zu 0 durch einen Elfmeter verwandelt von Silas. Lass uns darüber mal ganz kurz reden. Hier muss man wirklich weit zurückspulen, um die Genialität eines Endos mal wieder mitzuerleben. Genau, from Box to Box. Ich habe es auch nochmal gesehen. Du siehst Wataru Endo, der im eigenen Strafraum einen Pass abfängt und der spielt dann direkt einen langen Ball auf Koulibaly. Der setzt sich dann grandios gegen oder ziemlich beeindruckend gegen Gepri Selassie durch. Der VfB baut dann weiter auf über Sosa und Kempf. Und du siehst auf einmal Endo, wie er ins Bild sprintet, einen etwas demotivierten Schong im Schlepptau. Folgt Endo da nur halbherzig. Ja, und dann bekommt eben Endo von Koulibaly den Ball. Er drippelt dann in den Strafraum, der Freund Endo, und wird von Chong zu Fall gebracht, wird am Fuß berührt. Und ja, außer dass es natürlich ein katastrophales Zweikampfverhalten war von Chong, war es halt auch wieder mal ein grandioser Auftritt von Endo. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie er da zuerst den Ball hinten im eigenen Strafraum abfängt und dann vorne den Elfmeter rausholt. Das war schon extrem stark. Ja, dass er auch den ganzen Weg halt mitgeht, muss er ja nicht. Oder dass er dann auch so schnell mitgeht, dass er so früh auch dann wieder vorm Bremer Tor auftaucht und nicht die ganze Strecke irgendwie trabt und dann irgendwie ankommt, wenn die Chance schon längst vorbei ist. Also er ist da wirklich die ganze Zeit in der Situation drin und läuft halt wirklich von Strafraum zu Strafraum, klärt hinten und zehn Sekunden später holt er vorne den Elfmeter raus. Das war richtig gut. Ja, fantastisch. Geht so ein bisschen unter, weil man sich irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass er mehr oder weniger immer und überall ist. Also das ist schon beachtlich, wie sehr man sich damit abfindet, dass Endo regelmäßig solche Spiele abliefert. Also ich könnte mir vorstellen, vor vier, fünf Wochen wäre das dann noch unser Man of the Match gewesen oder zumindest, weiß ich nicht, jemand, dem man zwei Punkte gibt. Heute denkst du dir, ja, das war nicht eine ordentliche Partie von Endo und es wird gar nicht mehr so gewürdigt, wie man es eigentlich würdigen sollte. Sieders verwandelt den Elfmeter, relativ souverän, lässt sich auch nicht von Ömer Toprak aus der Ruhe bringen. Der versucht dann noch provokativ den Schützen, vorher aus meiner Sicht unsportlich an der Ausführung des Elfmeters zu stören. Und darauf werden wir später vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Bei anderen Aktionen. Ich möchte auch noch ganz kurz... Sorry. Ja, ich wollte noch zum Jubeln nach dem Elfmeter. Es gibt ja diese eine Zeitlupe, die, ich weiß gar nicht, wo die Kamera da stand, war das eine Deckenkamera oder die dann von der Mittellinie ungefähr filmt und man sieht ja, wie Silas anläuft und schon als er anläuft, fängt ja Mangala an zu jubeln. Also der hat ganz großes Vertrauen in Silas, das sollte man uns merken. Und apropos Jubel, was mir bei Silas auch so gut gefällt, es ist einer der wenigen Stürmer, die ihren Signature-Jubel vergessen. Also du merkst ja, dass er das ab und zu mal macht. Diese gekreuzten Arme, ne? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, macht er die gekreuzten Arme oder macht er die zwei Finger auf das Handgelenk? Also ich habe beides schon gesehen. Vielleicht hat er auch zwei Berater die unterschiedlichen Tipps diesbezüglich geben. Und am besten gefällt es mir, wenn Silas einfach seinen Torjubel vergisst und sich ganz normal freut. Sehr sympathisch, muss ich sagen, heutzutage. Über Mafropanus will ich ganz kurz noch sprechen, denn es gab in der 38. Minute so eine Situation, da hat man sich Sorgen machen müssen um Mafropanus. Also zum einen gab es ein hartes Foul, er hat mal die Stollen, von wem waren das nochmal? Von Osako. Osako. Genau, ins Gesicht bekommen. Das war auch eine kurze Schrecksekunde für uns VfB-Fans, aber es hat glaube ich keine großen Auswirkungen gehabt auf diesen Giganten da hinten drin in der Dreierkette des VfB. Aber trotzdem gab es in der 38. Minute die Situation, wo man darüber sprechen muss, ob er vielleicht hätte Gelb-Rot kriegen können. Also man hat ja dann auch gesehen, dass Materazzo auf der Bank direkt Stenzel zum Warmmachen geschickt hat. Und ja, es sah für mich danach aus, dass Materazzo gerne schon vor der Halbzeit Mafropanus rausgenommen hätte. Kannst du dich an die Szene noch erinnern, als er Schong foulte? Das war glaube ich da so an der rechten Strafraumkante. Schong hat auch gleich Gelb-Rot gefordert. Und was meinst du, hat der VfB da Glück gehabt, beziehungsweise Mafropanus, oder geht das klar für dich? Also aus meiner Sicht ist es natürlich aus VfB-Fans nicht völlig legitim, Mafropanus da weiterspielen zu lassen. Aber ich glaube, er hat insgesamt zwei Fouls begangen und die halt innerhalb von kurzer Zeit. Deswegen war das dann so auffällig. Und ich glaube, die Ansage vom Schiedsrichter war ja relativ klar. Also letzte Ermahnung und bei der nächsten Aktion ist er dann runter vom Platz. Und ja, ich fand das völlig okay, ihn da nochmal draufzulassen. Was ich halt weniger okay fand, war dann halt von Schong halt für ihn ein Gelb-Rot zu fordern. Also das finde ich dann weitaus unsportlicher, als irgendwelche Torabschlüsse zu verzögern. Ja, macht man normalerweise nicht. Komisch, dass es da keinen Aufschrei gab. Ja, das stimmt natürlich. Aber gut, auch das werden wir vielleicht später nochmal besprechen. Nee, was mir noch aufgefallen ist bei Mafropanus, er hat schon eine grenzwertige Zweikampfhärte immer so in seinen Duellen. Also ich finde es gut, ja, ich mag das auch. Aber es ist natürlich schon schwierig. Also du hast es jetzt gesehen, er hat insgesamt sechs Zweikämpfe geführt. Vier hat er gewonnen. Die anderen zwei hat er verloren. Allerdings, weil er halt eben Foul gespielt hat. Also es ist schon schwer, gegen ihn einen Zweikampf zu gewinnen. Also man könnte sagen, entweder du verlierst den Zweikampf oder er verletzt dich. Also natürlich in Anführungsstrichen, er verletzt ja nicht jeden Spieler. Aber ich denke, dass er da schon vorsichtig sein muss. Weil selbst wenn es immer nur gelb ist, ja, pro Spieltag, ist es natürlich eine Schwächung, wenn du dann regelmäßig den Spieler auswechseln musst oder dann eben aufgrund mehrerer Gelbsperren im Laufe einer Saison ersetzen musst. Weil du merkst halt schon, Mafropanus ist aus meiner Sicht die bessere Alternative da hinten als Halbverteidiger. Also wenn ich das jetzt mit Stenzel vergleiche, sind das schon nochmal, oder ist das schon nochmal ein Qualitätssprung, würde ich jetzt so sagen. Aber ja, Stenzel ist dann vielleicht ein bisschen abgeklärt in der Zweikampfführung. Ich hoffe, dass er da auch so ein bisschen dazulernt im Laufe der nächsten Wochen. Und man muss natürlich bei Mafropanus in erster Linie hoffen, dass er fit bleibt. Aber du merkst halt schon, dass es eigentlich ein Spieler, ähnlich wie ein Gonzales, wo du dich eigentlich darüber wundern musst, dass der das Trikot des VfB trägt. Und du natürlich auch ein bisschen froh sein kannst, dass Sven Mislentat den hier zumindest mal für ein Jahr ausgedient hat. Ich habe nichts dagegen, wenn man die Laie verlängert oder vielleicht sogar irgendwie sich einigen könnte auf ein längerfristiges Engagement. Weil ich glaube, Mafropanus ist schon sehr vielversprechend, vorausgesetzt, er bleibt gesund. Er war wieder übrigens der Spieler mit den meisten abgefangenen Bällen beim VfB, mit vier. Und das in 45 Minuten. Das hat er ja auch schon gegen die Bayern unter Beweis gestellt, dass er da richtig gut ist. Auch gegen Leverkusen hat er viele Bälle abgefangen, also das sieht richtig gut aus. Und ganz kurz nochmal zu der Wechseloption von Seiten des VfB Stuttgart. Man konnte ja sehen, dass Stenzel, ich glaube, schon in der 41. Minute, zumindest hinten im Trikot mal, in einer Kameraeinstellung auftauchte. Und trotzdem wurde dann nicht mehr vor der Halbzeit gewechselt. Matarazzo erklärte das später damit, dass es einfach ein bisschen zu lang gedauert hat, bis Stenzel einsatzbereit war. Und dann wollte man praktisch nicht noch direkt vor der Halbzeit wechseln, um sich nicht um eine weitere Wechselmöglichkeit dann in der zweiten Halbzeit zu bringen. Nur da auch nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Es ist ja so, du kannst ja inzwischen fünf Spieler wechseln, hast dafür aber nur drei Zeitfenster plus die Halbzeitpause zur Verfügung. Und hätte der VfB jetzt schon in der ersten Halbzeit gewechselt, hätte man dann eben nur noch in der zweiten Halbzeit zwei Wechselfenster übrig gehabt. So hat man sich dieses Wechselfenster aufgespart, hat in der Halbzeit gewechselt und hatte dann in der zweiten Halbzeit drei Wechselfenster zur Verfügung. Ja, macht dann auch irgendwo Sinn. Matarazzo hat das ja noch ganz gut über die Zeit gebracht, muss man sagen. Genau, und ich glaube halt, das, was du angesprochen hast, er ist halt ein Spieler, der sehr stark über die Physis kommt. Und das halt richtig zu dosieren, ist vermutlich auch eine Frage der Spielpraxis. Und er hat ja einfach jetzt nicht so viele Spieler am Stück und ich glaube, dass wir uns darauf verlassen können, dass das mit jedem Spiel besser wird. Dass er dann wirklich seine starke Physis, ja besser, wie soll ich sagen, dosiert oder besser einsetzt und dann nicht immer am Rand einer gelben oder vielleicht sogar roten Karte wandelt. Er ist manchmal so im Hulk-Mode, da hast du echt das Gefühl, er will einfach zerstören und das meine ich jetzt gar nicht so martialisch, wie es klingt. Und du merkst aber trotzdem, dass er auch unheimlich viel Gefühl so in seinen Aktionen haben kann. Also gerade, wenn er dann manchmal lange Bälle schlägt, das ist dann schon auch beeindruckend, wie genau die kommen. Also das ist schon ein Spieler, ich kann mich da nur wiederholen, der wird auch, sollte er gesund bleiben, in nicht allzu ferner Zukunft regelmäßig, zumindest dann mal europäisch. Ob es jetzt die Euroleague ist oder ob es am Ende die Champions League ist, sei mal dahingestellt. Da wird er schon, ich glaube, seinen Platz finden und das ist schon ein richtig, richtig guter Mann. Man erkennt schon gleich, warum Sven Mislintat den unbedingt nach Stuttgart holen wollte und ihn damals dann auch relativ jung zum FC Arsenal lotste. Also die Qualität ist sofort erkennbar. Nur der Körper scheint ab und zu Probleme zu bereiten, aber naja, vielleicht wird das noch. Castro hast du vorhin schon angesprochen. Das ist mir auch wieder aufgefallen, dass er ähnlich wie gegen die Bayern nicht ganz so präsent war, wie in den Spielen zuvor. Gerade diese Aktion, die uns, ja, ich würde mal sagen, in der ersten Phase gut gefallen haben, also in der ersten Saisonphase, die ich jetzt mal so bis zum vierten, fünften Spieltag definieren würde. Gerade in der Phase hat er uns richtig gut gefallen. Da hat er immer wieder diese Aktionen drin gehabt, dass er den Ball bekommt, zum Beispiel von Mangala oder von Endo, dann aufdreht, dann vielleicht einen Außenbahnspieler anspielt oder direkt in die Spitze auf Kalajic. All das fehlt ja so ein bisschen in dieser Partie. Ich möchte jetzt hier nicht schon damit anfangen, dass Castro vielleicht nur einen kurzen Frühling erlebte und jetzt so ein bisschen abbaut. Aber man merkt schon, dass er da vielleicht auch ein bisschen davon profitiert hat, dass er eben mit Didavi vorne gespielt hat. Weil das geht ja schon so ein bisschen einher. Also Castro wirkte neben Didavi präsenter und auch besser als in den letzten Spielen. Das ist zumindest mein Eindruck. Täuscht mich da mein Eindruck oder wie siehst du es? Das kann ich gar nicht beantworten. Da müssten wir jetzt mal wieder Daniel Didavi auf dem Platz sehen und dann gucken, ob Castro auch wieder besser spielt. Was ich halt glaube, ist, dass die gegnerischen Trainer ja auch sich auf dem VfB vorbereiten und wahrscheinlich mittlerweile auch gemerkt haben sollten, dass die Zentrale beim VfB mit Mangala, Castro, Endo wahnsinnig stark ist. Und die werden natürlich versuchen, das im bester Baumschamanier, die Mitte zuzumachen. Und das haben ja Eggestein und Groß auch versucht. Und ich glaube, dass es halt für Castro auch nicht mehr so einfach ist wie noch an den ersten Spieltagen. Das ist auch ein Faktor, denke ich. Aber klar, es kann auch wirklich sein, dass Castro sich leichter tut, wenn Daniel Didavi auf dem Platz steht. Das können wir dann beurteilen, wenn das mal wieder der Fall ist. Ja, vor allem wird es spannend zu beobachten sein, wie das jetzt gegen Dortmund läuft, wenn wahrscheinlich beide fehlen werden, die da wieder immer noch mit seiner Verletzung ausfallen wird. Also das ist noch nicht ganz raus. Vielleicht kann er auch spielen. Aber Castro fällt ja definitiv aus, weil er die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie das neu besetzte Mittelfeld des VfB dann eben diese zwei Ausfälle kompensiert. Können wir dann im nächsten Segment drauf zu sprechen. Auch noch auffällig in der ersten Halbzeit oder auch im gesamten Spielverlauf war, dass der VfB ungewöhnlich viele Halbfeldflanken geschlagen hat. Allerdings muss man gleich dazu sagen, es waren nicht diese Verlegenheitsflanken, sondern die kamen eigentlich schon mit Schnitt vors Tor. Es war natürlich jetzt nicht jede Flanke gut, gar keine Frage. Und es kamen längst nicht alle an. Also 15 Flankenversuche gab es. Mit drei fanden einen Mitspieler Sosa hat er noch die meisten an den Mann gebracht. Mit zwei hat er allerdings auch zehn Versuche gebraucht. Ja, natürlich, das wird dann oft kritisiert. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass das ein taktisches Mittel war, das Materazzo so vorgegeben hat. Gerade in der ersten Halbzeit oder in den ersten Minuten, dann auch noch der zweiten Halbzeit, als Kalajic da vorne rumgesprungen ist. Da hat man ja schon gesehen, dass der wieder mal viele Bälle festmachen kann, oft auch dann mit dem Rücken zum Tor einfach der Spieler ist, der die Bälle dann weiter verteilen kann, nicht viele Kontakte braucht. Das sah echt gut aus. Und ich denke schon, dass das jetzt hier nicht irgendwie so eine Verlegenheitsnummer war, wie wir das aus zurückliegenden Spielzeiten des VfB kennen. Sondern das war, glaube ich, schon hier auch eine Überlegung seitens Materazzo, dass man eben so sich Torchancen erspielen kann. Deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht so schlecht reden wollen. Also, dass es, sage ich mal, von der Flankenausbeute insgesamt her nicht allzu gut lief. Aber als taktisches Mittel würde ich es anerkennen, so möchte ich es mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch der Unterschied, finde ich, zwischen dem VfB und Bremen, dass man bei Stuttgart gesehen hat, die haben auf jeden Fall einen Plan wieder im Gepäck, wie sie zum Torerfolg kommen wollen. Bei Bremen war das ja so, wie wir es oftmals auch beim VfB schon mal gesehen hatten. Die wussten jetzt nicht genau, was sie mit dem Ball machen wollen. Also, so einen ganz klaren Plan hat man da nicht gesehen. Und beim VfB ist der ja aktuell tatsächlich immer zu entdecken. Ja, man hat, glaube ich, zu spät Mut bewiesen seitens der Bremer. Also, man hat ja dann schon gesehen, als Kohfeldt dann gegen Ende des Spiels oder Mitte der zweiten Halbzeit einen richtigen rechten Offensivspieler gebracht hat mit, jetzt muss ich wieder gucken, wie der Name von dem Kollegen heißt, Volte Made. Ja, das ist ja schon ein Spieler, der dann zum Beispiel auch einen Sosa mehr hinten gebunden hat. Und dann hat man natürlich aufgrund zum Beispiel der Größe von Selke auch häufiger mal die Möglichkeit gehabt, einen Ball irgendwie im Luftzweikampf zu erobern. Das hast du natürlich vorher mit Sargent oder mit Osako nicht gehabt. Also, da muss man grundsätzlich ja sagen, hat die VfB-Defensive mehr oder weniger nicht zugelassen. Also, sie wurden da auch nicht so extrem gestresst, finde ich, von den Bremern. Das wirkte oft wirklich so ein bisschen planlos. Aber wenn es dann mal gefährlich wurde, hat man das unheimlich souverän hinten raus verteidigt. Also, das war im Endeffekt das, was ich mir vorgestellt habe im Vorfeld zur Saison. Als wir immer davon gesprochen haben, ja, die Abwehr sieht gut aus und offensiv wird es wahrscheinlich ein Problem geben. So habe ich mir das vorgestellt, dass der VfB hinten relativ souverän die Sachen wegverteidigen kann und hier und da mal durch einen individuellen Fehler sich ein Tor fängt. Aber das war jetzt hier diesmal auch nicht der Fall, sondern der VfB hat das wirklich über 90 Minuten gut verteidigt. Und da muss man schon sagen, also, inzwischen ist dieses gesamte Gebilde schon sehr vielversprechend, dass der VfB da auf den Platz stellt, Woche für Woche. Ja, und die Abwehrspieler gehören natürlich mittlerweile dazu. Die haben uns ja zu Beginn der Saison dann ab und zu mal die Falten auf die Stirn getrieben, wenn man das so sagen kann. Ja, aber das scheint sich zumindest jetzt erstmal zu verbessern. Mal gucken, wie langfristig diese Erkenntnis ist. Ja, aber mit den dreien da hinten, also Kempf, Anton und Mavropanos, da fühlt man sich dann doch schon einigermaßen sicher. Also auch Kempf, finde ich, macht das in dieser Saison total gut. Anton war ein richtig guter Einkauf und ja, gegen Bremen, die drei standen ja da drin und dann in der zweiten Halbzeit noch Stenzel und haben ja eigentlich relativ lässig die ganzen langen Bälle der Bremer da rausköpfen können. Also ich muss gleich dazu sagen, wir haben heute ab und zu mal das Phänomen, dass ich losplappern will, das ist jetzt nicht so neu und der Sebastian was sagt, aber wir haben heute leichte, leichte technische Probleme. Das heißt, ich höre den Sebastian immer so ganz, ganz kleines Sekündchen versetzt, würde ich fast schon sagen und das führt dann eben dazu, dass wir oft mal übereinander drüber reden. Seht uns das so ein bisschen nach. Auf die Schnelle konnten wir jetzt hier diese technischen Probleme nicht beheben, aber ich denke mal, das ist halt einfach, was weiß ich, einfach mal so ein Ausrutscher, den wir bis zur nächsten Ausgabe behoben haben. Gut, 48. Minute, gibt es nochmal eine große Chance für den VfB durch Sosa, da war es so, dass Mangala auf der rechten Seite viel Platz hat, Sean wieder mit einem schlechten Zweikampfverhalten ist zu weit weg von Mangala und von links läuft dann Sosa in den freien Raum, ins Mittelfeld, da gibt es wirklich eine ganz, ganz schlechte Bremer Raumaufteilung und was man hier wieder sagen muss, also Mangala verlagert dann das Spiel und das hat der VfB nicht nur in dieser Partie, sondern auch zuvor in den Spielen richtig gut gemacht. Auch hier hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. Also mir ist aufgefallen, in den ersten vier Spieltagen wurde viel zu selten das Spiel verlagert, man hat da oft an auch Freiräume nicht so ausgenutzt, wie man das hätte machen können, man hat da auch Chancen vertan und ich finde, das ist auch deutlich besser geworden. Also es funktioniert nicht immer und nicht immer perfekt, so wollte ich es eigentlich sagen, aber man erkennt da definitiv, dass die Mannschaft wirklich wöchentlich sich in allen Bereichen eigentlich verbessert oder zumindest nicht verschlechtert. Also es gibt natürlich dann hier und da auch mal eine Stagnation einzelner Spieler, aber was ich meine, also man hat schon das Gefühl, dass der VfB sich von Woche zu Woche sicherer fühlt mit der Spielanlage, die er von Matarazzo an die Hand bekommen hat und das macht natürlich dann, glaube ich, auch die Spieler insgesamt mutiger und man hat Selbstvertrauen und das merkt man richtig, auch an solchen Aktionen, dass dann eben Sosa sich traut, mit nach vorne zu gehen, dann wie gesagt, diesen Freiraum zu erkennen, den Ball zu bekommen von Mangala und man sieht dann auch, wie Sosa den Ball bearbeitet, also er legt sich die Kugel mit links vor, schließt dann aus 25 Metern ab und der Ball verfehlt nur ganz knapp den Torwinkel, das wäre wirklich wahrscheinlich ein Tor des Jahres geworden, wenn das Ding reingegangen wäre oder zumindest mal ein Tor des Monats, das sah schon sehr, sehr gut aus. Es gab noch eine zweite Option, wenn man sich die Szene nochmal angucken will, in der 48. Minute, nämlich einen Flachpass auf den in die Tiefe startenden Koulibaly. Vielleicht wäre das sogar die bessere Option gewesen, denn Koulibaly hat da schon relativ viel Platz gehabt, hat sich da, glaube ich, von Gebre Selassie lösen können und ich könnte mir vorstellen, wenn Sosa da einen scharfen Pass gespielt hätte, dass Koulibaly zumindest eine bessere Abschlusschance gehabt hätte, als eben dieser 25 Meter Schuss von Sosa, auch wenn er knapp am Torwinkel vorbeiging, aber es war eine starke Aktion. Ja, und er hat jetzt auch das Selbstvertrauen, so einen Schuss mal zu nehmen und auch gegen Hoffenheim war das ja, glaube ich, wo er dann auch links über den Flügel kommt, dann nochmal den Haken nach innen macht, damit rechts abschließt, also so viele Abschlüsse, wie Sosa jetzt in den letzten Spielen hatte, hat er, glaube ich, in der ganzen Zweitligasaison nicht gehabt, ich meine, er hat auch nur zwölf Spiele gemacht, aber also er hat einfach mehr Selbstvertrauen und ich finde, man spürt bei ihm und man sieht ihm an, er fühlt sich jetzt gerade auch wirklich wohl beim VfB und in seiner Position, klar, die Vertragsverlängerung ist natürlich auch ein Indiz dafür und der wird immer wichtiger jetzt für das Team. Der wird immer wichtiger, absolut und wie gesagt, er rückt halt immer häufiger dann auch mal ein, also von außen und kommt so zu Torabschusssituationen, das kannten wir von Sosa eigentlich nicht, also wir wussten ja immer, der kann gut flanken, das ist das eine, er hat auch Tempo und kann das Spiel eben antreiben, das hat uns in den zurückliegenden Wochen immer wieder begeistert, ich glaube, jetzt gegen Bremen hat er uns dann nochmal begeistert, wie er da einfach wirklich der Motor im Endeffekt über außen war und das Spiel wirklich immer wieder nach vorne getrieben hat, richtig stark, aber eben auch die Torabschusssituation, in die er sich gebracht hat, auch das ist eine neue Qualität, die er uns jetzt gezeigt hat, hat zwei Torabschüsse gehabt, einmal aufs Tor geschossen, einmal neben das Tor, also das ist schon stark und bei Mangala sieht man das ja auch, dass er in letzter Zeit mit mehr Zug zum Tor spielt, möchte ich mal so sagen, also der hat schon auch in der zweiten Liga immer mal wieder ein paar Abschlüsse drin gehabt, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, agiert er jetzt zielstrebiger und man hat auch das Gefühl, dass Mangala sich häufiger in Abschlusssituationen bringt, er spielt dann gerne mal ab oder dreht nochmal ab und trifft da auch manchmal die falschen Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen ist da definitiv eine Verbesserung bemerkbar seitens Mangala, also das gefällt mir schon richtig gut, wie der sich entwickelt, aber den haben wir jetzt nun wirklich oft genug gelobt. In der 57. gibt es da nochmal eine Chance, beziehungsweise auch eine diskutable Situation, so möchte ich es mal sagen, also eine Chance für Castro, so habe ich es hier betitelt, Sosa flankt aus dem linken Halbfeld auf den in die Tiefe startenden Castro, Bremens Abwehr muss man sagen, in dem Moment wieder sehr unsortiert und kurz bevor Castro an den Ball kommt, ist Pavlenka zur Stelle und boxt den Ball aus dem Strafraum und Castro prallt dann mit seinem Schienbein, ich glaube gegen Pavlenkas Kopf oder Hals, das habe ich nicht so gut erkannt, dafür gibt es dann auch noch diese fünfte gelbe Karte und da ist natürlich die Frage, warum wird das eigentlich als gelb gewertet? Wir haben uns das glaube ich auch schon in der Fanradio-Ausgabe gefragt, warum es jetzt gelb gibt und ich habe mir das mehrfach angeguckt und ich weiß es wirklich nicht, also es ist jetzt ja nicht so, dass Castro da überhart in die Situation reingeht, sondern im Endeffekt spricht der Pavlenka da auch raus, also ich meine, er nimmt ja das Risiko dann ein Stück weit und das war ja nicht irgendwie der 5-Meter-Raum oder so. Ja, also ich habe die gelbe Karte auch nicht wirklich verstanden, weil Gonzalo Castro geht jetzt ja nicht so brutal irgendwie in die Chance rein, dass er Pavlenka wissentlich verletzen könnte oder so, also er geht ja einfach zum Ball hin und trifft ihn da und ich sehe auch nicht, was er da großartig anders machen kann, weil er kann ja auch nicht von vornherein wegbleiben und das ist jetzt ja auch nicht im 5-Meter-Raum gewesen, sondern außerhalb, auch wenn der 5-Meter-Raum jetzt nicht mehr der explizite Schutzraum des Keepers ist und wie du sagst, Pavlenka stürzt ja auch raus, also da kann Castro ja nicht mehr allzu viel machen, allerdings hat er sich auch über die gelbe Karte nicht wirklich beschwert, was mich dann ein bisschen gewundert hat, weil es ja seine 5. ist und er gegen Dortmund dann gesperrt ist und vorher die Flanke von Sosa, die ist schon richtig gut, aber sie hätte halt noch so 30 bis 50 Zentimeter weiter hinten landen können, weil ich glaube, dann hätte Castro dem Zweikampf mit Pavlenka auch gleich aus dem Weg gehen können und hätte halt wirklich in Ruhe abschließen können. Ja, das Feintuning, das kann man da schon noch bemängeln, das stimmt, das fehlt dem VfB grundsätzlich, finde ich, in Kontersituationen so ein bisschen, also die sind nicht immer ganz genau und clever ausgespielt, da muss man sich vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln, gar keine Frage, aber wir bleiben ja ein Aufsteiger und dafür sieht es schon sehr gut aus, muss man sagen. Absolut, aber jetzt gerade in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte, da gab es ja schon so ein paar Situationen, wo der VfB dann 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 kontern kann und das dann einfach nicht so richtig gut ausspielt und ich glaube, das Spiel war eigentlich so eins, da musst du als VfB das Ding irgendwie zwischen der 16. und 80. muss es eintüten, das zweite machen und dann ist das Spiel durch und so zitterst du dann doch bis zum Ende, auch wenn Bremen keine richtig konkreten Torchancen hatte, aber ja, du bist halt ein bisschen nervös und wie schnell sowas gehen kann, haben wir ja gesehen, wie dann so ein Elfmeter gegen Köln zum Beispiel entsteht, dann eine Unachtsamkeit und zack, hat der Gegner wieder die Chance oder auch dann noch das 2 zu 1 von Bremen ganz am Ende, wo du einfach unaufmerksam bist und dann landet halt irgendwie der Ball im Tor und das kannst du dir natürlich sparen, indem du das Spiel halt frühzeitig entscheidest und das hat der VfB verpasst und ich finde, da gibt es halt noch so das größte Potenzial nach oben, einfach die Kontersituationen, die man hat, dann besser ausspielen. Ja, auch gerade diese Phasen, die der VfB eigentlich in jeder Partie sich nimmt, möchte ich mal so sagen, wo es dann nicht besonders gut aussieht und wo man auch so ein bisschen hektisch agiert, wo man sich selber dann in die Bredouille bringt durch Fehlpässe unnötigerweise. Auch jetzt hier in dieser Partie, du hast es gerade schon angesprochen, hat man das wieder gehabt zwischen der 60. und 80. Minute, war so mein Eindruck, war eine vergleichbare Phase wie zuvor in den Spielen gegen Frankfurt und Hoffenheim. Man hat hier so ein bisschen Glück gehabt, dass Bremen einfach nichts aus seinen Möglichkeiten machen konnte. Es gab ja zum Beispiel die Situation in der 63. Minute, da hat der Chong eigentlich eine relativ gute Möglichkeit, zumindest mal einen Angriff oder eine Torabschlusssituation herbeizuführen. Da war es so, dass Silas im Mittelfeld einen Ball an Augustinsson verliert, der spielt dann direkt in die Tiefe auf Chong, Stenzel läuft den Ball dann eigentlich gut ab und versucht dann aber, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Hacke auf Silas zu spielen. Und den Pass wiederum fängt dann Chong ab und geht in den Strafraum und von der Seitenauslinie, muss er eigentlich nur noch auf Selke ablegen. Aber der Pass war so schlecht gespielt, dass der Stenzel den Ball dann wieder zurückholen konnte. Also da haben wir so ein bisschen Glück gehabt, dass Chong, ja, einfach, ich würde mal sagen, jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag hatte gegen den VfB Stuttgart, weil eigentlich sitzt dieser Pass auf Selke und dann steht es 1-1 und dann sind wir halt wieder in so einer Situation, wo man wahrscheinlich aufpassen muss, ob das Spiel jetzt nicht komplett kippt, weil ich hatte, wie gesagt, schon das Gefühl, so zwischen der 60. und 80. Minute, dass Bremen den VfB zumindest mal vor Aufgaben gestellt hat. Ich habe es nicht ganz so gesehen wie Florian Kohfeldt, der ja mehr oder weniger davon gesprochen hat, dass Stuttgart ja eigentlich chancenlos war. Also ich übertreibe das jetzt ganz bewusst und ich fand dann ganz niedlich, wie er gesagt hat, ja, wir hatten mehr Torabschlüsse und wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen und hatten mehr Ballaktionen. Und wenn du dir dann die Statistik anguckst, siehst du halt, okay, Ballaktionen VfB gegen Bremen waren 53 zu 47 für Bremen. Okay, das ist ein bisschen mehr für Bremen, aber jetzt nichts, wo man sagen kann, man hat das Spiel irgendwie dominiert und in der ersten Halbzeit hatte der VfB mehr Ballbesitz und in der zweiten Halbzeit hatte Bremen mehr Ballbesitz. Das macht natürlich auch ein Stück weit Sinn, weil der VfB eben die Mannschaft war, die die Führung verteidigt hat. Und zum Thema Torabschlüsse, ja, das stimmt natürlich auch, dass Bremen 13 Mal aufs Tor geschossen hat und beziehungsweise Torabschlüsse hatte und der VfB nur elf. Aber wenn man schaut, wie oft gingen die Bälle denn aufs Tor, sieht man halt, der VfB hat sechs Mal einen Schuss aufs Tor gebracht und Bremen nur drei. So, da dreht sich das Ganze. Und wenn man dann bei den Großchancen guckt, wird es noch deutlicher. Da hat der VfB nämlich zwei gehabt und Werder Bremen null. Also von daher verstehe ich nicht ganz, was Florian Kohfeldt da gesehen hat. Und ja, muss an der Stelle sagen, Herr Kohfeldt, sie liegen da, glaube ich, ein bisschen falsch. Der VfB hat dieses Spiel, glaube ich, schon verdient gewonnen. Stenzel will ich nochmal ganz kurz thematisieren. Jetzt muss ich vorsichtig sagen. Also ich fand es nicht ganz schlecht, was er so gemacht hat. Das war jetzt nicht irgendwie eine katastrophal schlechte Partie. Aber wir haben ja zuletzt immer mal wieder gesagt, ja, der Stenzel, der hat es auch echt schwer, weil Koulibaly jetzt nicht unbedingt die große Hilfe ist als Wingback. Anders als das vielleicht Silas ist, der dann auch zweikampfstärker ist und sich auch nicht zu fein ist. Nicht, dass Koulibaly keinen Bock darauf hätte, aber weißt du, wie ich meine? Der ist halt williger, dann auch mal hinten auszuhelfen. Das merkst du bei Silas schon, dass er das komplett jetzt, ja, verinnerlicht hat und da schon mithilft auf der rechten Seite und das auch gut macht. So, und Stenzel hatte jetzt praktisch Silas vor sich. Der hat das gut mitgemacht, wie von mir gerade angesprochen. Und trotzdem fand ich Stenzel jetzt nicht so überragend, möchte ich mal sagen. Wie siehst du da die Entwicklung von Stenzel aktuell? Ja, auch ein bisschen schwierig. Also, er ist jetzt relativ weit davon entfernt, sich seinen Stammplatz zurück zu erkämpfen. Also, dafür macht das dann Mavropanus zu gut. Und wenn Stenzel dann mal die Gelegenheit hat, wieder zu spielen, kann er zumindest nicht vollends überzeugen. Also, ich fand auch gegen Bremen war das jetzt nicht unbedingt seine beste Leistung. Er ist schon ein kleiner Unsicherheitsfaktor gewesen. Die Chance von Chong hast du angesprochen. Und auch sonst kam er irgendwie relativ schwer rein in die Partie. Vielleicht ist es auch nicht sein Ding, irgendwie eingewechselt zu werden. Vielleicht ist er ja jemand, der dann von Anfang an spielen muss, um seine ganze Leistung abrufen zu können. Aber er hat mir jetzt gegen Bremen auch nicht so gut gefallen, ohne jetzt natürlich ein kompletter Ausfall gewesen zu sein. Das muss man natürlich auch festhalten. Also, was die Zweikampfwerte angeht, war es durchschnittlich zehn Zweikämpfe geführt, vier gewonnen. Bei der Passquote war es auffällig schwach von Stenzel. Da hat er nämlich nur eine 70-prozentige Passquote. Das kennt man von Stenzel eigentlich deutlich besser. Also, wenn der unter 80 Prozent ist, dann stimmt schon mal irgendwas nicht so gefühlt. Also, wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass er weit über 85 Prozent Passquote erzielt oder schafft. Auch bei den langen Pässen hat er schon bessere Tage gehabt. Er hat fünf lange Pässe geschlagen, einer kam an. Also, es wirkt auch so, dass er aber im Aufbauspiel nicht mehr das der Mannschaft geben kann, was ihn eigentlich lange Zeit ausgezeichnet hat. Natürlich in der zweiten Liga, aber auch zu Beginn der Bundesligasaison. Fand ich, war das immer wieder auffällig, wie wichtig er fürs Aufbauspiel war. Das fehlte mir jetzt nach seiner Einwechslung ein Stück weit. Natürlich auch undankbar, gar keine Frage. Er kommt da rein. Der VfB ist, glaube ich, erst mal damit beschäftigt, dieses Spiel relativ emanzipiert, würde ich fast schon sagen, über die Zeit zu bringen. Also, das sah schon sehr, sehr souverän aus. Das war jetzt nicht irgendwie hektisch, schnell aufs Zweite gehen. Nee, nee, das war alles sehr kontrolliert und sehr erwachsen, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das habe ich auch im Livestream schon gesagt. Ja, und dann kippte das Spiel so, sag ich mal, ein bisschen in Bremer Richtung, dass die mehr Chancen hatten. Vielleicht beurteile ich Stenzel jetzt hier auch ein bisschen zu scharf und wir sollten ihm ruhig die Möglichkeit geben, dann vielleicht irgendwann bei einem Startelf-Einsatz dann auch, ja, vielleicht sollte ich ihm dann noch eine zweite Chance geben. Aber ich schreibe ihn ja noch nicht ab. Aber es ist mir aufgefallen, dass er so ein bisschen abgebaut hat in den letzten Spielen. Aber wusstest du eigentlich, dass Pascal Stenzel der sechstteuerste Einkauf der Freiburger war? In der Vereinsgeschichte. Der sechstteuerste, ach, in der Vereinsgeschichte. Ich habe gerade überlegt, nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass Santa Maria der teuerste ist. Genau, der hat jetzt zehn Millionen gekostet und Grifo sieben, Memedi 6,3, Luca Waldschmidt 5, Roland Schallay 4,5 und Pascal Stenzel 4,1 Millionen haben die sich den kosten lassen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist schon eine Ansage. Also, ja, pre-Corona könnte man sagen. Von daher macht es vielleicht Sinn. Gut, der VfB hat dann so ab der 70. Minute das Heft wieder in die Hand genommen. Auch wenn Bremen weiterhin zumindest versucht hat, sich Chancen zu erspielen, gab es in der 73. eine gute Chance für Silas. Da war es so, dass Kempf den Ball im eigenen Strafraum von Selke erobert hat. Auch wieder sehr, sehr stark gemacht von Kempf, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Auch mal wieder, muss man sagen. Auch mit richtig guten Leistungen zuletzt. Klement bekommt dann die Kugel und schlägt den Ball cross die linke Linie runter. Silas setzt sich da toll durch im Sprintduell gegen Torprakt. Wir haben im Livestream schon darüber gesprochen, dass Torprakt wirklich einer der schnellsten Innenverteidiger der Bundesliga war. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber er war es zumindest mal. Aber gegen Silas sieht auch der keine Sonne. Und ich glaube, dass Silas dann den Ball nicht kontrollierter platzieren konnte, lag so ein bisschen daran, dass er zu viel Speed-Überschuss in dem Moment hatte. Also der war so schnell unterwegs, dass es auch für ihn, glaube ich, schwer war in dem Moment, richtig zu timen dann einfach den Abschluss. Zu schnell für sich selbst, ja. Gefühlt ja. Und Friedl hat dann auch so ein bisschen gestört. Aber trotzdem, du hast es ja vorhin schon richtigerweise angesprochen, das war halt auch so eine Situation, die musst du einfach besser zu Ende spielen und dann wirklich das 2-0 auch mal machen, weil dann hast du halt Ruhe. Also wenn du deine 73. Minute das 2-0 machst, lege ich mich fest, ist das Spiel durch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen dann nochmal groß zurückkommt. Ich kann mir dann sogar eher noch vorstellen, dass der VfB vielleicht noch ein 3-0 nachlegen kann, weil ich die Bremer von der Mentalität schon so einschätzen würde, dass sie versuchen, zurückzukommen. Aber man hat es ja gesehen, wirklich Chancen haben sie sich eigentlich nicht erspielt. Und wir haben jetzt hier keine groß unterschlagen, sondern ich habe eigentlich schon die wirklich gefährlichen Szenen alle mit reingenommen. Und es waren eben nur die 2 oder 3, die ich jetzt hier mit dir zusammen aufgearbeitet habe. Sonst war da nicht allzu viel. Ja genau, also Gregor Kobel hatte, glaube ich, so gut wie nichts zu tun. Der musste, glaube ich, vielleicht einmal 1-2 Flanken runterfischen, aber dass der irgendwie mal zu einer Parade gezwungen wurde, das gab es ja gar nicht. So, jetzt kommen wir zur großen Aufregeraktion. Irgendes 10. Bundesligaspieltags. 90. Minute, ich glaube schon die Nachspielzeit. Ja genau, die 90 waren gerade rum, da irgendwie 90.05 oder irgendwie so war das, ja. Genau, Silas macht sein Tor, aber wie kam es dazu? Also erstmal Sosa, der einen langen Ball aus dem eigenen Drittel in die Bremer Hälfte schlägt. Also der holt sich hier den Assist und ich denke mal, den kann man da schon den Assist geben. Also ohne diesen langen Ball, ich weiß gar nicht, wie das der Kicker bzw. die DFL dann gewertet hat. Muss ich nochmal nachgucken. Egal, Sosa schlägt den langen Ball aus dem eigenen Drittel in die Bremer Hälfte. Torprak legt den Ball dann schlampig mit der Brust zurück auf Pavlenka. Und dann kommt eigentlich die Szene schlechthin, weil Silas antizipiert schon früh und zieht den Sprint rechtzeitig an und stiehlt Pavlenka den Ball vom Fuß und läuft aufs leere Tor zu. Und hier muss man wirklich sagen, dass mir in der Berichterstattung grundsätzlich das viel zu kurz kam, wie stark die Aktion eigentlich von Silas war, dass er überhaupt in die Situation gekommen ist, dann alleine aufs Tor zuzulaufen. Weil man hat dann in der Berichterstattung immer wieder gehört, ja, Slapstick-Einlage, Missverständnis zwischen Pavlenka und Torprak. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Silas ist eigentlich derjenige, der diese Situation überhaupt erst herbeiführt, dadurch, dass er rechtzeitig lossprintet, mit einem ungeheuerlichen Speed diesen Ball abfängt und dann eben, ja, die Bremer überhaupt erst in diese missliche Lage bringt. Also das war für mich halt einfach eine geniale Aktion von Silas in dem Moment. Da bin ich komplett bei dir. Es ist die 91. Minute, der VfB führt 1-0, das Spiel ist eigentlich beendet und Silas hat schon viele Sprints angezogen in dem Spiel und dann haut er den nochmal raus. Und er sprintet ja tatsächlich schon, als Torprak den Ball abtropfen lässt. In dem Moment sprintet er schon. Es gibt ja dieses Standbild, da ist der Ball gerade von Torprak weg und man sieht Silas nur so als schwarzen Schatten irgendwie mit so Bewegungsunschärfe, weil der da wirklich in der 91. nochmal wirklich impulsiv da die zwei, drei Meter sprintet. Und er ist relativ weit weg vom Ball und nur, weil er wirklich nochmal so drauf geht, erarbeitet er sich ja wirklich seine eigene Chance. Und meiner Meinung nach kann er danach mit dem Ball machen, was er will, weil das war wirklich großartig, dass er da nochmal so einen Willen zeigt und sich den Ball da stiehlt. Ja, das war schon großartig gemacht und ich will gerade mal nachschauen, ob ich noch herausfinden kann, wie viele intensive Läufe bzw. Sprints sie das an diesem Spieltag angezogen hat. Also, ah, ja, da gibt es jetzt leider keine Informationen, die ich liefern kann. Ja, ich müsste jetzt nochmal genauer in die Statistiken hier reingehen und ich glaube, das ersparen wir uns an dieser Stelle und googeln ein andermal am besten. Genau. Nicht gerade, wenn wir aufnehmen. Gut. Aber was wir festhalten können, er hat keinen intensiven Sprint mehr angezogen, nachdem er den Ball gewonnen hatte. Ja, genau. Ich habe mir nämlich dann mal mein Handy rausgekramt und habe gestoppt, wie lange er gebraucht hat, nachdem er realisiert hat, dass hier keiner mehr ihn angreift und er praktisch das Tor erzielen konnte. Und da war es so, dass meine Stoppuhr 7,3 Sekunden ausgespuckt hat. Also, das war die Zeit, die Silas sozusagen rausgeschlagen hat aus seinem verzögerten Torabschluss. Weil, man muss jetzt in der Situation ja auch nochmal sagen, wir brauchen die ja jetzt nicht komplett erklären, jeder hat sie hundertmal gesehen. Warum Pavlenka und Toprak sich dann eher mit sich selber beschäftigen, als zumindest noch den Anschein zu erwecken, hinterherrennen zu wollen, das erschließt sich mir hier auch nicht. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das automatisch bedeutet, dass Silas jetzt hier dieses Zeitspiel dann damit rechtfertigt. Aber natürlich könnte man schon sagen, ja, Pavlenka, dann geh halt hinterher, Mann. Also, schon grundsätzlich erstmal eine merkwürdige Situation. Und ich weiß noch, als ich das live gesehen habe, war ich mir sicher, dass es abgefiffen wurde. Weil du kennst es halt eigentlich, dass sonst zumindest der Torhüter oder irgendein Spieler adibemäßig hinterherrennt und einfach nur damit zum Ausdruck bringen möchte, ich habe ja alles versucht. Und das fehlte hier bei den Bremern komplett. Und Silas hat sich dann wirklich aufreizend viel Zeit gelassen. Und ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht bis ins Detail diskutieren. Ich für meinen Teil sage, kann er sich sparen, braucht man nicht. Aber das war jetzt nicht irgendwie die größte Unsportlichkeit, die ich je auf einem Fußballplatz gesehen habe. Nee, also, unnötig ist ja vieles auf dem Fußballplatz. Also, gelbe Karte für den Gegner fordern, unnötig. Schwalben, unnötig. Sich nach einem leichten Foul, wo man einen Fuß gegen den Knöchel bekommen hat, das Gesicht halten, unnötig. Also, ich finde ganz viele Sachen auf dem Fußballplatz unnötig. Und die Aktion von Silas war auch unnötig. Aber man kann jetzt über die Ursachen oder über die Motive diskutieren. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er am Anfang genauso irritiert war wie wir. Und hat er mal geguckt und hat gemerkt, okay, jetzt passiert nichts mehr. Und dann lasse ich mir halt auch die Zeit, dass sie sagen, das ist Zeitspiel. Du hast gesagt, sieben Sekunden, das ist, glaube ich, relativer Quatsch. Weil wenn er den Ball halt reinmacht und dann sonst wohin läuft, vor den imaginären Gästeblock oder zur Eckfahne, dann nimmt er mehr als sieben Sekunden von der Uhr runter. Aber dass er jetzt mit der Aktion irgendwie die Gegner verhöhnen wollte, kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil dann wäre sein Torjubel ja ein ganz anderer gewesen, weil der fand ja quasi nicht statt. Und als er merkte, dass er dann zum Beispiel Selke dann doch irgendwie ein bisschen sauer gemacht hat, hat er ja komplett deeskalierend agiert und hat gesagt, okay, sorry, war nicht so gemeint, du lass mal weiterspielen. Also, ja, Haken dran. Das war für mich übrigens noch der Oberhammer. Da kommt der Selke angestürmt wie so ein Irrer und geht ihn verbal und fasst auch schon körperlich an. Der sieht dafür gelb. Silas sieht dann übrigens auch noch gelb, was für mich schon wieder der nächste Skandal ist, weil der Schicksrichter Frank Willenburg später erklärt, ja, er hat Silas deshalb verwandt, weil er das Verhalten gegenüber Selke provozierend empfunden hat. Also da kann man auch sagen, bitte, okay, ich habe das komplett anders gesehen. Silas hat sofort die Hände gehoben, wollte weggehen und es war Selke. Der Schwalbenkönig schlechthin spielt sich hier als moralische Instanz auf. Da habe ich auch gedacht, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Das ist ein Spieler, der wirklich dafür bekannt ist, ständig Schwalben zu schinden, immer wieder zu diskutieren. Jeder Gegenspieler sagt, der Selke, das ist im Endeffekt der Mike Franz, der 2020er, kannst du sagen. Also wirklich ein Arschloch auf dem Platz, muss man einfach mal so sagen. Und ausrechnet der rennt über den, nicht über den halben Platz, sondern über den ganzen Platz, über den ganzen Platz, um sich darüber zu beschweren, dass Silas sich jetzt sieben Sekunden Zeit gelassen hat bei der Torerzählung. Da ist mir schon wieder wirklich die Hutschnur geplatzt. Und danach gibt er ein Interview und sagt, ich glaube, dass es respektlos war. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Der Junge macht ein super Spiel, dann soll er den Ball einfach reinhauen und nicht so rumlaufen. Wo ich mir denke, halt doch einfach das Maul. Also Baby Selke, halt doch einfach das Maul in dem Moment. Du hast doch das auf dem Platz offensichtlich auf dem Platz geklärt, aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte es dann unbedingt auch noch mal vor dem Sky-Mikrofon sagen. Also ein ganz, ganz unangenehmer Zeitgenosse, der sich hier aufgespielt hat. Und zwar zu Unrecht aus meiner Sicht. Da gibt es vielleicht andere Bremer-Spieler, dann hätte ich das eher irgendwie auch abgenommen, dass sie da wirklich, weißt du, dass sie das einfach scheiße fanden. Bei ihm war das, glaube ich, wieder so ein Mittelpunkt-Ding, glaube ich. Genau, also wenn der Pavenka sagt, das ist für mich dann schon irgendwie blöd, jetzt dann noch extra zur Linie gehen zu müssen, nur um zu warten, dass er dann reinschießt. Das kann ich dann verstehen, dass es für ihn halt blöd ist. Aber jetzt gerade Selke, wie gesagt, den hast du angesprochen, er kommt auch mal ganz vorne zurückgelaufen. Und Silas bekommt dann Gelb eigentlich für nichts. Und Kolinas Erben haben es ja relativ schön geschrieben, finde ich. Es war wohl eher eine Verwarnung für die moralische Mitverantwortung Wamangitukas an der Gesamtsituation. Ähnlich wie es bei einer Rudelbildung auch gerne Salomonisch, die einmal Gelb auf beiden Seiten gibt zur Beruhigung der Lage. Also eigentlich hat Silas Gelb dafür gesehen, dass er der Grund war, warum sich Davy Selke aufgeregt hat. Aber so einen Scheiß können sich auch wieder nur Schiedsrichter ausdenken. Nee, jetzt mal ehrlich, ich bin ja ein großer Fan von Kolinas Erben. Und das sind ja auch nicht die, die sich die Regeln einfallen lassen. Die erklären sie uns Gott sei Dank nur halbwegs verständlich. Aber prinzipiell finde ich das immer völlig unverständlich, wie man beiden zum Beispiel dann gerade in diesen Situationen Gelb gibt, wenn sie sich so ein Wortgefecht liefern. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Situation mit Massimo und Bellarabi gegen Leverkusen, wo die Aggression nur von einem Spieler ausgeht und trotzdem kriegen beide Gelb. Was soll denn der Scheiß? Das kann es doch in dem Moment nicht sein. Du siehst doch, von welchem Spieler jetzt hier gerade die Aggression ausgeht, wer hier die Scheiße gebaut hat. Dann verwarn doch den, der sich hier unfair auf den Platz verhält oder unsportlich und nicht irgendwie so salomonisch noch irgendwie dann den anderen, damit es nicht so rüberkommt, als würde der Schiedsrichter hier für eine Seite pfeifen. Das finde ich unangebracht. Und auch die Erklärung mit, naja, also mehr oder weniger hat er hier so eine moralische gelbe Karte bekommen. Nee, entweder es war eine legitime Situation oder nicht. Da kann ich doch nicht sagen, ja, es war jetzt, also das Tor, das will ich nicht zurückpfeifen, das geht für mich noch klar, aber einfach so zu sagen, so als kleiner Nasenrümpfer gebe ich ihm hier noch Gelb. Das ist doch Bullshit. Er hat nichts falsch gemacht. Man kann darüber diskutieren, ob er vielleicht fünf Sekunden früher den Ball reinschießen kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt überhaupt keine spielentscheidende Situation mehr gewesen. Also es geht hier wirklich dann nur noch von mir um Respekt oder sonst irgendwie so ein Bullshit. Aber was daraus gemacht wird aktuell wieder in den Medien, das widert mich fast schon an. Und da allen voran wirklich hier der Stübner von der Bild, der sich fast schon überschlägt, stundenweise mit einem neuen Artikel, der rechnet ja auf einmal, rechnet der alles aus. Da konnte der vorher nicht erklären, wie der VfB vier Tore in Folge schießt. Aber jetzt weiß er alles. Er weiß, wie viele Schritte sie das gemacht hat, wie viel Kmh. Alles, alles hat er ausgerechnet. Großartig. Also wenn er sonst auch mal so akribisch arbeiten würde und uns erklären würde, warum der VfB erfolgreich Fußball spielt oder eben nicht, das wäre toll. Dann würde ich sagen, klasse Sportjournalist. Bislang ist es für mich weiterhin auf Mickey-Maus-Heft-Niveau. Aber gut, das ist sein Problem. Der SWR verfasst innerhalb von wenigen Stunden zwei Meinungen dazu. Wo ich mir denke, Alter, wo waren denn eure Meinungen zum Thema Dietrich? Da kam dann einmal was alle sechs Wochen oder so. Und jetzt auf einmal, das ist das Thema, wo jede Seite irgendwie gefühlt alle fünf Minuten eine Berichterstattung rausballern muss. War Mankituka hier, war Mankituka da? Ich kann es echt nicht mehr hören. Was hat er denn gemacht, Mann? Das war doch nicht das Unsportlichste, was es je im Fußball gab. Also wenn sich da irgendwelche ehemaligen Nationalmannschaftsspieler ständig in ihrer Wortwahl vertun und sich respektlos und manchmal auch antisemitisch oder rassistisch äußern, dann wird sowas überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Aber über so einen Scheiß erscheinen auf einmal 500 Artikel gefühlt innerhalb von wenigen Minuten. Da frage ich mich echt, ob es eigentlich noch geht. Also das ist völlig unverhältnismäßig, was da passiert ist im Nachhinein. Das ist unerträglich gewesen zeitweise. Sorry. Die Leute empören sich halt gerne. Und das ist dann halt so ein Aufhänger. Also ich muss gestehen, ich habe dann die Nachberichterstattung zum Treffer eher belustigt wahrgenommen. Weil für mich war es halt echt überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil, er macht halt ein Tor, aber dass man mal spricht, da kann man wirklich intern, könnte dann drüber diskutieren, wie gut sie das finden oder ob sie das anders machen, hätte sollen oder nicht. Aber ja, dass man da jetzt dann irgendwie die Medien auf einmal da so freidrehen und im Minutentakt irgendwelche Artikel rausschießen. Ja, aber auch ein Kohfeldt, der über den ganzen Platz schreit, das war grob unsportlich. Da denke ich mir auch, halt dich doch einfach mal zurück, Mann. Du bist doch ständig unsportlich. Kohfeldt ist bei jedem Spiel gefühlt derjenige, der sich vom Schiedsrichter benachteiligt fühlt und das lautstark dann auch immer äußert. Das ist genauso unsportlich. Ja, ständig dann auch danach bei Pressekonferenzen oder von mir aus bei Sky-Interviews davon zu sprechen, dass der Schiedsrichter sich ja vielleicht ein bisschen fragwürdig verhalten hat und so. Das ist genauso unsportlich. Ja, und jetzt ist er da auch wieder derjenige, der über den ganzen Platz schreit, es sei grob unsportlich gewesen, was der Schiedsrichter da macht. Da denke ich mir, nee, das ist genau, die Aussage von ihm ist genauso unsportlich wie vielleicht die Aktion von Schiedsrichter. Das nimmt sich für mich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja froh, dass wir da noch jemanden haben wie Sven Missentard oder Materazzo, die sich im Nachgang aus meiner Sicht sehr clever geäußert haben zu der ganzen Sachlage. Missentard sagte zum Beispiel bezüglich Davies Selkes Reaktion, ich finde Davies Reaktion auf dem Spielfeld in Ordnung. Nach dem Spiel mit etwas Abstand und wenn der Puls runtergekühlt ist, kann er meiner Meinung nach etwas andere Aussagen treffen. Das ist, dafür liebe ich Sven Missentard. Das ist einfach toll. Und Materazzo sagte bezüglich der Aktion, wer ihn kennt, weiß, dass er ein schüchterner Junge und keineswegs arrogant ist. Er wollte einfach ein bisschen auf Zeit spielen, da war keine böse Absicht dabei. Ich verstehe die Frustration von Werder, aber das war nicht unsportlich. Und nochmal ein bisschen Tart, Bamangituka hat den Ball nicht viermal hochgehalten, einen Fallrückzieher oder einen Moonwalk gemacht. Er hat lediglich sein Tempo verlangsamt und aus der Nummer wird viel zu viel gemacht. So, abschließend muss man noch dazu sagen, dass Kohfeldt später auf der PK meinte, wir alle sind uns einig, dass die Situation nicht glücklich war, aber wir sollten es auch nicht überdramatisieren. Deswegen gebe ich hier digital Florian Kohfeldt die Hand und sage, schwamm drüber. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch der neue Ton, den Materazzo und Missentard in der Bundesliga jetzt anstimmen. Auch schon nach dem Spiel gegen die Bayern und der Situation, Koulibaly gegen Neuer, wo sich dann beide geäußert haben. Das ist neu, finde ich, weil überleg dir mal in der Zweitligasaison, nicht gegebener Elfmeter in Aue, dann der Elfmeter, der Witz-Elfmeter gegen Wien Wiesbaden. Da wurde dann halt Einspruch eingelegt und so weiter. Aber sie haben es sich nicht so deutlich, also klar, Materazzo konnte sich da noch nicht so klar äußern, oder? Er war noch nicht da. Gegen Wien Wiesbaden war er da. Doch, da war er da, ne? Genau. Da hat er kein Wort drüber verloren, wenn ich mich recht erinnere, oder auf jeden Fall nicht so pointiert, wie sie das jetzt machen. Ich finde, da hat man jetzt so, ja, was, was... Das Bayern-Gehen. Das ist das Bayern-Gehen, Sebastian. Ja. Ich kenne das sonst nur von den Bayern, die da so entschieden und klare Aussagen treffen. Sonst wird ja immer so wischiwaschi irgendwie so... Es wird halt so... Man drückt sich so aus, dass man möglichst wenig Leuten auf den Fuß tritt, aber dass zumindest zwei Fans glücklich sind mit der Aussage. So wird das dann meistens gemacht. So. Und jetzt hast du das Gefühl, nee, die sagen, was sie denken. Manchmal finde ich das dann auch unangebracht bei manchen Sachen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich gut, dass das überhaupt mal was gesagt wird so. Also... Ja. Und ich finde jetzt auch hier hat man den richtigen Ton getroffen, hat das Ganze nicht eskaliert, hat auch nicht versucht, jetzt irgendwie den Spieler übermäßig in Schutz zu nehmen, sondern die Erklärungen, die geliefert wurden, sind für mich schlüssig. Auch wenn natürlich Zeitspiel-Quatsch ist in dem Moment. Aber ja, mit der Aussage kann ich noch eher leben als, wie gesagt, mit irgendeiner fadenscheidigen Erklärung. Also das haben sie eigentlich ganz gut gelöst, finde ich. Nicht so gut gelöst hat der VfB dann in der Schlussphase noch eine Chance für die Bremer. Über die müssen wir noch ganz kurz sprechen, beziehungsweise über das Gegentor, weil das kann ich nicht einfach so wegwischen. Also man kann natürlich sagen, ja, mein Gott, da haben sie schon abgeschalten. Aber das war für mich wieder zu... Das ging zu leicht. Ja, Augustinson schlägt eine Flanke von links Richtung zweiten Pfosten. Sosa verschätzt sich da. Beziehungsweise hat natürlich dann auch den größten Nachteil gegen Woltemade, der den Ball mit dem Kopf in Richtung Tor bringt. Kempf klärt dann Richtung Zentrum. Da ist der nächste Fehler. Also da muss er eher versuchen, das Ding nach außen zu klären. Aber er klärt dann wirklich ins Zentrum. Da ist dann wieder Woltemade, der den Ball mit dem Kopf einfach mal so wieder in Richtung Tor bringt, ohne viel Druck. Und Selke wird dann von Anton allein gelassen und er zielt mit dem Hinterkopf das 2-1. Also du hast hier in der Aktion wirklich drei, aus meiner Sicht, vermeidbare Fehler. Einmal Sosa, der bei der ersten Aktion schlecht aussieht. Kempf, der dann eben in Richtung Zentrum klärt und nicht nach außen. Und Anton, der Selke aus den Augen verliert. Und klar, Selke wird jetzt nicht regelmäßig so die Tore erzielen. Aber ja, trotzdem aus meiner Sicht komplett unnötig, dass man hier noch das 2-1 kassiert, kurz vor Schluss. Ja klar, die ganze Schlussphase. Danach ging es ja noch weiter. Das war in der 93. Ich glaube, es wurde ja insgesamt dann fünf Minuten nachgespielt. Also Bremen hatte ja keine klare Chance mehr. Aber es war nochmal so, dass du angefangen hast, irgendwie an Nägel zu kauen, weil Bremen dann doch nochmal viel zu oft vorm Stuttgarter Tor war. Das war am Ende etwas unsouverän, vielleicht dann auch ein bisschen unkonzentriert. Das haben sie nicht so gut gemacht. Und mich hat es vor allen Dingen auch für Gregor Kobel geärgert, weil er hat ja Sonntag Geburtstag. Und das wäre dann das erste Bundesligaspiel gewesen beim VfB, in dem er kein Gegentor hinnehmen musste. Das wäre echt ein schönes Geschenk für ihn gewesen. Und dann fällt dann in der 93. dann noch so ein Kacktor irgendwie rein. Das war blöd. Gut, am Ende sind wir natürlich trotzdem zufrieden mit diesem Sieg. Also ich finde dann doch lieber mit einem Torunterschied, als dass ich Spiele unglücklich abgebe, wie gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt oder natürlich auch gegen Schalke. Also von daher bin ich froh, dass der VfB endlich mal wieder drei Punkte einfahren konnte. Und ich wollte noch kurz was, ja, nur ganz kurz besprechen. Also ich will jetzt kein großes Fazit machen, aber wir haben ja jetzt hier unter Materazzo dann doch schon fast 30 Spiele erlebt. Also er muss ja in der Zweitligasaison 17 absolviert haben, dann noch ein DFB-Pokalspiel dazu. Dann waren es 18, jetzt haben wir 10 plus ein DFB-Pokalspiel, genau, sind 11. Also sie sind jetzt vor dem Dortmund-Spiel beim 30. Pflichtspiel von Materazzo. Und was man wirklich sehen kann, ist, dass er wirklich die Spieler weiterentwickelt. Also es gibt eigentlich kaum einen Spieler, der unter Materazzo schlechter geworden ist. Oder täusche ich mich da? Nee, das stimmt. Also ich hatte eben, als wir über Pascal Stenzel gesprochen haben, da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das ganze System ihm jetzt so entgegenkommt. Weil klar, unter Walter war er ja der Dreh- und Angelspieler. Also bei ihm würde ich so ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Aber ansonsten haben viele, viele Spieler einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ja, selbst bei Stenzel sage ich, dass er vielleicht sich nicht verbessert hat, aber definitiv ist er auch nicht schlechter geworden. Also es gab Zeiten, da war ich mir nicht sicher, ob du mit Stenzel in der Bundesliga so spielen kannst, wie du es an den ersten Spieltagen gezeigt hast. Von daher würde ich sagen, ja, der hat sich vielleicht jetzt nicht groß weiterentwickelt, aber der ist eigentlich schon ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Bringt immer wieder gute Aktionen mit ins Spiel. Ist vor allem ein Spieler, der die zweite beziehungsweise dritte Aktion vor Torschancen ganz oft einleitet. Also das ist schon ein wichtiger Spieler, der sich dann vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln kann, was zum Beispiel dann die Aktionen nach vorne angeht. Also da kann er vielleicht, aber das ist ja einfach nicht sein Spiel. Also von daher fordere ich da ja vielleicht gerade was, was gar nicht zum Spieler passt. Aber das muss man wirklich lobend erwähnen. Materazzo ist endlich mal ein Trainer, der die komplette Mannschaft besser macht. Und ja, ehrlich gesagt habe ich mich genau nach so einem Trainer lange gesehnt beim VfB. Und ich kann ja nur sagen, Hut ab, Sven Mislentat. Also er hat sich ja da wirklich weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Aussagen, dass Materazzo hier definitiv bis zum Saisonende Trainer bleibt. Wir haben noch ein paar Spiele, schon klar, aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn Materazzo hier vorzeitig den Hut nehmen müsste, also vor Mai 2021. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und genau, der Auswärtssieg in Bremen war jetzt auch wichtig, weil wenn du das verloren hättest oder holst drin keinen Punkt, dann kommt Dortmund, dann verlierst du vielleicht nochmal und dann steckst du wirklich unten drin. Das hat man jetzt wirklich durch einen guten Auftritt, widerstandsfähigen Auftritt, willensstarken Auftritt vermieden und kann jetzt dann doch relativ relaxed nach Dortmund fahren. Ja, sehe ich auch so. Also und ich bin auch froh, weil du hast mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht letzte Woche, als du ja warnend den Zeigefinger gehoben hast und gesagt hast, ja, man muss da jetzt schon aufpassen. Man holt da zwar immer mal wieder einen Punkt und alle sagen, das ist alles toll, aber davon kannst du dich nicht retten. Also die Lobeshymden, die da gesungen werden auf dem VfB sind natürlich toll, aber am Ende brauchst du natürlich die Punkte. Und ich habe ja damals schon gesagt, ja, das ist ja nicht gar nicht so schlimm, ich gehe davon aus, dass der VfB die Punkte schon irgendwie holt. Und im Nachhinein habe ich dann echt so überlegt, ja, man, der hat natürlich schon recht, also gegen Bremen kannst du mal verlieren. Und dann, wie du halt sagst, dann hast du halt schwere Spiele gegen Dortmund, auch gegen Union wird es nicht ganz leicht, Wolfsburg ist unangenehm. Und dann kann es natürlich ganz, ganz schnell sein, dass du am Ende in die Winterpause gehst mit elf oder vielleicht nur zwölf Punkten. Und dann ist natürlich auch dieses Umfeld hier in Stuttgart toxisch und dann wird diskutiert. Das ist einfach so, so läuft es halt. Von daher bin ich ganz froh, dass man sich jetzt diese drei Punkte geholt hat, 14 Punkte auf dem Konto hat. Und damit sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das werden nicht die letzten Punkte gewesen sein im Jahr 2020. Da kommt noch was dazu. Gut, Punkte ist ein gutes Thema. Wir kommen zum Spieler der Saison, Sebastian. Und da kann ich dir sagen, ist wirklich hier komplett meine ganze Twitter-Bubble zusammengebrochen, muss man wirklich sagen. Denn ich dachte mir so, als ich am Montag zur Tippabgabe für den Spieler der Saison aufgerufen habe, dass es deutlich weniger Replies geben wird im Vergleich zum Aufruf am Sonntagvormittag. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe mir jetzt nicht notiert, wie viele Leute abgestimmt haben, aber es waren unglaublich viele. Es war zeitweise so schlimm, dass ich nicht mehr die Antworten faffen konnte. Also ich wusste gar nicht, dass das von Twitter festgelegt ist, wie viele Herzchen du pro Stunde vergeben darfst oder so. Aber offensichtlich, wenn du 300 Antworten mit Herzchen versehen hast, sagt Twitter, nee, jetzt reicht es mal. Und ich konnte dann keine Antwort mehr faffen. Das führte dann dazu, dass ich dann die Twitter-Handles mir alle aufgeschrieben habe und das dann so abgehakt habe. Aber es war sehr, sehr, sehr aufwendig, aber gut, so müssen wir das halt machen. Ich habe mir den Tweet mal gerade rausgesucht. Also er hat 345 Antworten auf jeden Fall. Ja, also das ist definitiv der Rekordhalter in Sachen Spieler des Spiels. Und natürlich großen Dank an euch, dass ihr da so mitmacht. Bitte, bitte nicht damit aufhören, weil genau deswegen machen wir es ja. Und wir dachten zunächst, ja, da stimmen vielleicht so 30, 40, vielleicht auch mal 60 Leute ab. Aber dass wir da jetzt regelmäßig um die 300 liegen, das ist schon geil. Und ich mache die Striche gerne und ich schreibe auch gerne mal Twitter-Handles mir raus. Passt schon. Gut, ich will auch gar nicht hier lang um den heißen Brei rumreden. Also, Orel Mangala bekommt von den Twitter-Usern einen Punkt mit 23 erhaltenen Stimmen. Und dann war es wirklich ein relativ enges Rennen, lange zwischen Silas und Sosa. Aber man muss sagen, Silas hat das Ding relativ souverän dann gewonnen mit 171 Stimmen. Borna Sosa kommt auf 129 Stimmen. Es gab dann auch noch einige Spieler mit 8 oder 9 oder 10 Stimmen. Zum Beispiel Kempf, Anton, Endo, Kobel, all die wurden regelmäßig genannt. Ja, aber am Ende sind es dann eben, wie gesagt, Silas, Sosa und Mangala, die von den Twitter-Usern die Punkte bekommen. Sebastian, hast du die schon festgelegt? Ja, ich mache es mir ja dieses Mal ganz, ganz einfach. Oh, okay, dann bin ich gespannt. Fang mal an mit, vielleicht, weiß ich nicht, den Spieler, den du nur mit einem Punkt... Nee, ich mache es mir noch einfacher. Ich sage Sosa 2 und Silas 4. Okay, so wollte ich es, glaube ich, auch machen. Weil, wie gesagt, dass er in der 91. dann nochmal so eine Aktion da raushaut, dass er den Elfer so souverän verwandelt. Und ja, darf man auch nicht vergessen, er hat jetzt 10 Spiele gemacht in der Bundesliga, 5 Tore geschossen. Letzte Saison hat er in 29 Spielen 7 Tore geschossen, also das ist schon nicht so schlecht. Nee, das ist richtig stark, das ist absolut der Fall. Und ich kann schon mal sagen, Silas gebe ich auch 3 Punkte, damit ist das für ihn ein 10-Punkte-Spieltag. Das ist schon relativ stark. Borna Sosa, den ich ja wirklich abgefeiert habe und auch wirklich sehr, sehr mag, muss ich sagen, gebe ich trotzdem nur einen Punkt, weil aus meiner Sicht muss ich auch Mangala und Kempf einen Punkt geben, weil die beide auch ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Und eigentlich müsste ich auch Endo noch einen Punkt geben, aber ich dachte mir, der hat schon so viele. Deswegen lasse ich den mal außen vor, weil ich wollte Silas halt auf jeden Fall 3 Punkte geben. Und ja, dann musste ich mich halt dann, ja, dazu durchringen, Endo hier nicht zu bepunkten, obwohl er es auch noch verdient hatte. War echt gut, auch Anton hat eigentlich einen Punkt verdient. Aber ja, ich habe mich dann am Ende für Silas mit 3 Punkten, Sosa, Mangala und Kempf mit einem Punkt entschieden. Und ich hoffe, dass ich da so ein Stück weit dann auch, ja, dem einen oder anderen vielleicht noch eine Freude gemacht habe, die eben auf Twitter gerade für Mangala zahlreich abgestimmt haben. Der hat ja jetzt nur einen Punkt bekommen, aber ich habe mal nachgeschaut, mit seinen erhaltenen Stimmen hätte er eigentlich an den letzten Spieltagen immer mindestens zwei Punkte bekommen. Und ja, dazu habe ich jetzt so ein bisschen beigetragen. So, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gegner, Borussia Dortmund. Und ich schaue jetzt direkt mal, wie es aktuell in St. Petersburg steht. Außer du hast gerade deinen Stream offen und kannst mir sagen... Den Stream habe ich ja zugemacht wegen der technischen Probleme. Aber ich kann dir sagen, dass sie lange 0 zu 1 zurücklagen und das Spiel noch gedreht haben. Und 2 zu 1 gewonnen haben und sich den Gruppensieg gesichert haben. Also, dann wissen wir das jetzt. Denn meine Ankündigung ist hiermit gestrichen. Ich wollte nämlich sagen, vier Spiele in Folge ohne Sieg. Jetzt sind es dann nur, oder es waren nur drei. Jetzt hat man ja wieder gewonnen in der Champions League. Aber trotzdem muss man sagen, Borussia Dortmund vielleicht nicht unbedingt in Top-Form. Man hat das schon gesehen gegen Köln, dass sie da Probleme hatten. Auch gegen Lazio sah es nicht immer ganz gut aus. Da hatten sie auch ein bisschen Pech mit einem gegebenen Elfmeter für Lazio Rom. Mit einem gegebenen Nicht-Elfmeter, so wo eigentlich, ne? Stimmt, das ist richtig. Gegen Frankfurt, muss ich sagen, war ich dann schon eher enttäuscht. Und man hat definitiv gemerkt, dass so ein Haaland den Unterschied ausmacht, selbst für Dortmund. Ja, und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Und im Vergleich zu den Bayern, die ich so ein bisschen als Tresurpferd bezeichnen würde, ist Dortmund eher der Mustang. Man weiß nicht so richtig, was man bekommt, aber man hat schon den Eindruck, da herrscht oder da ist unheimlich viel Power da. Aber man muss sie irgendwie bändigen und eine Form pressen. Und das funktioniert noch nicht so richtig. Was ist denn dein Eindruck, den du bislang hast von Borussia Dortmund in der Saison? Oh, ich muss gestehen, ich habe von Dortmund in dieser Saison echt noch so gar nicht so viel mitbekommen. Und wenn ich Dortmund gesehen habe, habe ich eigentlich nur Haaland gesehen, der einfach unfassbar gut gespielt hat und schnell ist und abschlussstark und eins gegen eins gehen kann, gegen den Torwart aus der Ferne abschließen kann. Ich habe eigentlich Dortmund nur als Haaland wahrgenommen. Und dass der jetzt ausfällt, wird ja die Chancen des VfBs nicht unbedingt schmälern. Ja, ich glaube, da hast du schon einen guten Eindruck gewonnen, würde ich mal so sagen. Also der BVB war so ein Stück weit Haaland, auch wenn das natürlich zu einfach wäre, jetzt nur von Haaland zu sprechen. Aber es war halt der Spieler, der am Ende immer die Buden gemacht hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Man muss dazu sagen, dass auch Guerrero den Dortmundern zum Beispiel in Frankfurt arg gefehlt hat. Das war auch ein Spieler, der wirklich eine richtig starke Saison bislang gespielt hat. Hat er heute gegen St. Petersburg wieder gespielt? Nee, der hat nicht im Spielsatz noch nicht eingewechselt worden. Ah, der hat muskuläre Probleme gehabt? Genau, er stand anscheinend nicht im Kader. Okay, vielleicht spielt er dann auch gegen den VfB nicht, aber ich gehe davon aus, dass er bis Samstag wieder fit ist. Gut, ich erzähle dir ein bisschen was über Dortmund und hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viel Quatsch erzähle. Denn ich mag die Dortmunder Mannschaft, deswegen gucke ich sie auch relativ häufig mir an und schaue mir die kompletten Spiele der Dortmunder wirklich fast an jedem Spieltag an. Und konnte folgendes rauslesen. Also natürlich hat man eine hohe individuelle Qualität. Und der VfB setzt vor allem, und das weiß man eigentlich auch auf Positionsspiel und auf viele kurze Pässe. Man hat eine hohe Passqualität, ist eine sehr passsichere Mannschaft, ich glaube sogar die passsicherste der Bundesliga. Mit Witzel, Akanji und Hummels hat man, das gucke ich mal gerade nach, ob das noch stimmt, genau, hat man die, oder hat man drei Spieler, die sich in der Top Ten der passsichersten Spieler der Bundesliga etabliert haben in den eigenen Reihen. Also das ist dann schon, ja, beachtlich, würde ich mal sagen. Der BVB attackiert früh, baut so großen Druck auf die gegnerische Defensive auf und macht es natürlich dir dann enorm schwer, dich aus dieser Umklammerung zu befreien, möchte ich mal so sagen. Dazu kommt das extrem hohe Pass- und Spieltempo. So kreiert man viele Chancen und was dann auch noch auffällig ist, dass man natürlich mit diesen schnellen Außen, ja, also fast jede Abwehr vor massive Probleme stellt. Also das fällt halt auch auf und ich finde, von diesen Außenpositionen geht dann immer wieder viel Gefahr aus. Also du siehst halt, die Außenstürmer der Dortmunder arbeiten sich wirklich weit ins gegnerische Drittel vor, ja, dann gibt es verschiedene Optionen. Entweder versuchen die Außenstürmer selber zum Abschluss zu kommen oder zu Haarland-Zeiten versucht man dann den Stürmer anzuspielen, der die Buden mehr oder weniger aus dem, oder der macht eigentlich aus jeder Chance ein Tor, so muss man es sagen. Und was sie auch gerne mal machen, ist dann in den Rückraum ablegen und von dort aus wird dann auch gerne mal aus der Distanz geschossen. Also man agiert da schon sehr facettenreich, das gefällt mir richtig gut. Man muss allerdings jetzt sagen, dadurch, dass Haarland wegfällt, hat man natürlich schon so ein bisschen ein Problem, was ja zum einen die Chancenverwertung angeht. Ich glaube eher die Chancenverwertung, also die Chancenausbeute, da habe ich jetzt keine direkte Zahl, die ich miteinander vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob sie weniger Chancen kreieren als mit Haarland, aber auf jeden Fall ist die Verwertung schlechter geworden. Das sieht man auch daran, dass Haarland halt bereits zehn Tore erzielt hat und von den Offensivspielern, die dann hinter ihm kommen, ist, glaube ich, Reiner noch der auffälligste. Ich glaube, der hat jetzt drei Tore auf seinem Konto, da müssen wir nachher nochmal nachgucken, ob das stimmt. Und dann hast du schon den Innenverteidiger Hummels mit drei Toren als gefährlichste Offensivkraft, wenn man das so sagen kann. Also da hat man schon Probleme. Was man auch sagen muss, die Dortmunder schlagen gute Standards, aber die Dortmunder gewinnen die wenigsten Luftzweigkämpfe aller Bundesligisten. Das heißt, die Standards finde ich immer ganz gut, aber es fehlen so ein bisschen die Spieler, die die guten Standards dann verwerten. Wobei man natürlich schon auch kaufballstarke Leute in den eigenen Reihen hat. Also ein Hummels, der kann das ja theoretisch. Aber ich bin der Meinung, die guten Standards, aus denen wird zu wenig gemacht. Das muss man so sagen. Das sind mal die positiven Sachen, Sebastian. Willst du da noch was zu beitragen oder soll ich direkt zu den Sachen kommen, die den VfB vielleicht dann Mut machen könnten? Ja, ja, gerne du. Der erste Punkt, den man ja auch anführen muss, ähnlich wie bei den Bayern, ist natürlich die Fülle an Spiele, die Dortmund absolvieren muss. Jetzt aktuell befinden sie sich in der Phase, da heißt es sechs Spiele in zweieinhalb Wochen. Jetzt am Dienstag, wie gesagt, die Reise nach St. Petersburg, haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Die Möglichkeit auch anstrengend ist. Natürlich hilft es, wenn man dann dort gewinnt. Aber ja, die Reisestrapazen haben sie trotzdem. Dann geht es jetzt weiter am Samstag gegen Stuttgart, am Dienstag schon wieder in Bremen. Also die sind viel unterwegs. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen Tribut zollen muss. Und weiß ich nicht, dann vielleicht nicht ganz so frisch und temporeich gegen den VfB antreten kann. Also das ist einfach so die Hoffnung, die ich habe. Dann ist Dortmund über die Außen verwundbar. Das heißt, unsere schnellen Außenbahnspieler könnten die Dortmunder schon wehtun. Außerdem merkt man den Dortmundern an, sobald es gegen einen zweikampfstarken und vor allen Dingen einen sehr robusten Gegner geht, haben die Dortmunder Probleme. Man könnte jetzt sagen, Elf Endos müsst ihr sein. Oder noch schlimmer, Elf Mafropanus müsst ihr sein. Dann ist man wirklich aber auf der obersten Eskalationsstufe, glaube ich, angekommen. Ich glaube wirklich, dass du dann mit so einer harten Spielweise den Dortmundern schon große Probleme bereiten könntest. Ist vielleicht auch wichtig nachher für unseren Startelf-Tipp. Dann war auffällig im Spiel gegen Frankfurt, dass die Innenverteidiger Probleme haben, wenn Pässe aus dem Halbraum kommen. Und zwar zwischen die Innenverteidigung. Dann haben gegen Frankfurt waren es Zagadou, Hummels und Can einfach Probleme. Also bei Hummels und Can merkst du schon, dass sie eben dann gegen diese schnellen Spieler, wie jetzt von Frankfurt Kamada, in solchen Situationen einfach einen Nachteil haben. Definitiv. Deswegen könnte es vielleicht gar nicht so doof sein, wenn du mit einem Spieler wie Klimowitz beginnst oder Tungi Kulibari wieder als Stürmer aufstellst. Das könnte durchaus Sinn ergeben. Weil ich stelle mir halt vor, Kalajic, der macht die Bälle hervorragend fest. Wir haben schon darüber gesprochen, das wissen wir auch. Aber ich weiß nicht, ob dann Hummels zum Beispiel und auch in Zagadou das nicht besser verteidigen als zum Beispiel die Bremer. Also das ist auch eine Überlegung, hier eher mit einem schnellen und wendigen Stürmertypen zu spielen. Wie zum Beispiel Tungi Kulibari und Kalajic dann eher von der Bank zu bringen. Oder beide. Wäre auch eine Option, mal mit zwei Stürmern was zu versuchen. Und wir haben natürlich auch noch die Option, dass Nico Gonzalez wieder fit wird. Also vielleicht ist der dann auch noch, vielleicht nicht gleich für die Startelf, aber grundsätzlich eine Option. Außerdem Dortmund schwächen im Luftzweikampf. Das widerspricht sich natürlich jetzt mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Aber ich glaube wirklich, dass das nur so eine Momentaufnahme ist. Also man weiß einfach, dass Hummels eigentlich kein schlechter Kopfballspieler ist. Deswegen, ich vermute jetzt hier einfach mal, dass man sich darauf nicht verlassen sollte, oder? Also ich würde mich schon sehr wundern. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ob der VfB jetzt hier auf viele Flanken setzen sollte. Und auf Kalajic, möchtest du dich da schon festlegen? Ne, festlegen möchte ich mich nicht. Aber so wie du das jetzt skizzierst, wenn man jetzt auch die Defensivreide Dortmunder in St. Petersburg jetzt gesehen hat, da hat er nämlich statt Zagadu noch Piszczek gespielt. Dann scheint das Gebot der Stunde für den VfB ja doch eher Tempo zu sein. Und Flachspielen hochgewinnen. Ja, das kann man so sagen, das stimmt. Also und was natürlich auch für den VfB, oder sag ich mal zumindest, ich möchte es anders sagen, was für Dortmund ein Nachteil ist, ist natürlich schon, dass mit Haaland der Zielspieler schlechthin fehlt. Also du hast halt einfach ohne Haaland deutlich weniger Torabschlüsse. Das sieht man schon. Und gegen Frankfurt hat Brandt Haaland ersetzt. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Die ganze Statik des BVB-Spiels passte nicht so richtig. Später wurde dann Moukoko eingewechselt. Dann wurde es etwas besser. Ich glaube, heute in St. Petersburg hat Thorgan Hazard die Neuen besetzt. Ist auch eine Option. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Moukoko gegen Stuttgart von Beginn an spielen darf. Also er hat ja jetzt gegen Hertha fünf Minuten bekommen. Das war sein erster Einsatz. Dann gegen Köln 23 Minuten. Und am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt hat er eine ganze Halbzeit spielen dürfen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Favre sagt, Moukoko darf gegen Stuttgart von Beginn an spielen. Und ja, Brandt dann vielleicht mit Sancho auf den Außenpositionen. Vielleicht kommt auch Reus wieder rein. Das war ja auch irgendwie so ein bisschen ein Thema, dass Reus nicht eingewechselt wurde gegen Frankfurt. Genau, heute hat er durchgespielt sogar. Ja, du hast eigentlich mit Moukoko einen klassischen Stürmer, den du auch brauchst, glaube ich, für das Spiel, das Dortmund spielen lassen möchte. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Kritik an den Dortmunder Kader. Es fehlt eigentlich wirklich so ein Backup für Haaland. Also natürlich hast du mit Moukoko ein riesiges Talent. Aber es ist halt nur ein Talent. Ein sehr junger Spieler. Es ist natürlich schon sehr mutig, sich dann nur auf ihn zu verlassen. Und ein Hazard und auch ein Brandt, das sind für mich halt keine klassischen Neuner. Und ich glaube, da fehlt halt einfach wirklich so ein klassischer Backup-Spieler, ähnlich wie es jetzt Shoupo Moutinho bei den Bayern ist für Lewandowski. Und Moukoko ist auf jeden Fall ein Versprechen für die Zukunft. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt gegen den VfB nicht dann direkt schon dieses Versprechen teilweise einlöst. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der gegen den VfB von Beginn an auflaufen wird. Was man auch noch sagen muss, Thomas Mounier fällt als Rechtsverteidiger noch aus. Mit Sicherheit jetzt auch keine Idealvorstellung von Favre, dass er den noch ersetzen muss. Weil ich glaube, den mag er ganz gern als Spielertypen, auch wenn Dortmund das ganz gut kompensiert bekommt. Ich finde, Matteo Morey macht das wirklich richtig gut. Und dann sind wir auch schon gleich bei den Spielern, auf die man achten sollte. Bevor ich zu Morey komme, natürlich erstmal der großartige Raphael Guerrero. Wie gesagt, gegen Köln, Frankfurt und auch gegen St. Petersburg fehlte er aufgrund von muskulären Problemen. Ich habe, glaube ich, im Kicker gelesen, dass es eigentlich reichen müsste für Samstag. Aber ich habe nichts dagegen, wenn es nicht reicht. Er ist als Linksverteidiger wirklich enorm wichtig für das Dortmunder Spiel. Beziehungsweise er spielt auch so einen verkappten linken Wingback. Also es ist jetzt nicht der klassische Linksverteidiger in der Viererkette, sondern eher ein bisschen weiter davor. Und er ist halt unglaublich wichtig für den Spielaufbau. Hat auch schon ein Tor geschossen, vier Vorlagen geliefert. Spielt eine richtig starke Saison, enorm Pressingresistent, starkes Passspiel, starke Dribblings, gute Freistöße. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, das wäre nicht schlecht, wenn der nicht spielen kann. In den VfB, aber ich befürchte, dass er auflaufen darf. Dann bin ich bei Matteo Morey, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe. Rechtsverteidiger, 20-jähriger Spanier, der 219 aus Barcelona kam. Der ersetzt aktuell Thomas Meunier und überrascht mich da wirklich, wie gut er das macht. Auch er hat ein gutes Passspiel, hat eine gute Zweikampfführung, bringt ein hohes Tempo mit rein. Also das ist schon auch wirklich ein absoluter Topmann, den Dortmund da in ihren eigenen Reihen hat. Was natürlich wenig verwunderlich ist bei dem Champions League Verein. Aber ja, er spielte halt überhaupt keine Rolle bislang und jetzt auf einmal ist er da und ersetzt da eigentlich gleich einen verdienten Dortmunder Spieler. Aber wie soll man sagen, ein Spieler, der halt auf höchstem Niveau schon seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Den vertritt er jetzt sehr, sehr gut, muss man sagen. Also für mich eine kleine Überraschung. Und zu guter Letzt, ich habe lange überlegt, wenn ich jetzt hier mit reinnehmen soll, soll ich Jude Bellingham mit reinnehmen oder Mukoku oder auch Moda Hood. Der zwar jetzt zuletzt wieder nicht ganz so stark war, aber eigentlich sehr gut zurechtgekommen ist mit diesen aktuellen Corona-Bedingungen. Er hat kein Problem damit, wenn keine Zuschauer da sind. Ich habe fast das Gefühl, dass es ihm sogar gut tut, wenn er nicht ständig unter Beobachtung steht, möchte ich mal so sagen. Aber ich habe mich am Ende für Giovanni Reiner entschieden, weil der eigentlich wirklich nochmal raussticht aus dieser Mannschaft. Der ist 18 Jahre alt, kam im Sommer 2019 von der New York City Football Club Academy. Also nicht vom Brauseableger in New York, sondern eben von dieser Club Academy. Und ist der Sohn, das wissen natürlich die meisten von Claudio Reiner, der Ende der 90er, glaube ich, in Leverkusen und Wolfsburg gespielt hat. Wolfsburg, ja, wisst ihr noch, genau. Ja, also Retorten-Club-Erfahrerin sozusagen. Ja, und was mir dann sofort aufgefallen ist, was man gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat, ist, dass Reiner in der vergangenen Saison schon 15 Bundesligaspiele absolviert hat. Ja, das ist eigentlich echt stark und hat auch eine Vorlage geliefert, aber das ist echt wirklich herausragend. Und in dieser Saison hat er auch schon 17 Pflichtspiele absolviert, heute dann wahrscheinlich sein 18. Das musst du wieder nachgucken, ob der gespielt hat und vielleicht sogar getroffen hat. Bislang hat er drei Tore erzielt und sechs Vorlagen abgeliefert. Und ja, er spielt halt wirklich viele wichtige Pässe, dribbelt gerne, richtig gutes Passspiel, viele kurze Pässe. Aber wie gesagt, sehr, sehr präzise, sehr gut, ist für seinen Alter schon sehr effizient, gewinnt nach Hummels, das ist wirklich auffällig, die meisten Zweikämpfe für den BVB. Also Hummels gewinnt oder hat bislang 113 Zweikämpfe gewonnen und dann kommt schon Reiner mit 111 gewonnenen Zweikämpfen. Das überrascht schon und das ist auf jeden Fall ein Spieler, der, ich glaube, bei jeder anderen Mannschaft wäre oder würde man ihn als neuen Gott feiern. Und in Dortmund geht er so ein bisschen unter, weil die halt noch einen Moukoko haben, weil die noch einen Sancho haben, weil die einen Haaland haben. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man sich unter diesen Umständen sogar fast noch besser entwickeln, als wie wenn man jetzt Giovanni Reiner. Ja klar, so im Windschatten der Supertalente oder der Übersupertalente hat man dann ein bisschen mehr Schutz dann vielleicht. Also Reiner hat eine halbe Stunde heute gespielt, der wurde in der 58. eingewechselt für Passlack. Ja guck, dann ist das schon sein 18. Pflichtspiel in dieser Saison und ja, das ist eine absolute Maschine. Also den finde ich schon absolut großartig. Ich bin mal gespannt, ob der ja einfach diesen Weg so straight fortsetzen kann und immer besser wird und dann wahrscheinlich spätestens in anderthalb Jahren nach England wechseln wird. Das könnte ich mir gut vorstellen bei den Anlagen, die er mitbringt. Ja, das ist all das, was ich zu Dortmund in Erfahrung bringen konnte. Und wie gesagt, ich mag die Mannschaft sehr, ich mag den Trainer auch sehr, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die nie ihre Qualitäten so komplett abrufen können oder mal über einen langen Zeitraum abrufen können. Das ist eigentlich das, was ich sehr, sehr schade finde, weil du musst mit diesem Kader zwangsweise eigentlich Zweiter sein in der Bundesliga. Also für mich ist das wirklich der zweitbeste Kader hinter den Bayern, ohne Wenn und Aber. Das ist für mich auch kein enges Rennen mit Leipzig oder so. Für mich ist der Dortmunder Kader absolut, also das ist eigentlich so perspektivisch gesehen sogar der beste Kader der Bundesliga. Ja, also für mich unverständlich, warum es da immer wieder so Ausreißer gibt, wie gegen Augsburg, wie gegen Frankfurt, wie gegen Köln und dann natürlich nächsten Samstag gegen Stuttgart. Gegen Stuttgart, genau. Ja, aber das Programm, was Dortmund halt gerade abspulen muss, ist halt schon brutal. Also hast du es erwähnt, spielen heute, Samstag, dann wieder am Dienstag und dann gleich wieder am Freitag und dann wieder am Dienstag. Ja, also das ist echt üppig und da wird Favre vermutlich mal den einen oder anderen Spieler schon, wie auch heute schon, sagst du zum Beispiel, Bürki nur auf der Bank und mal gucken, wer dann gegen Stuttgart auf dem Feld stehen wird. Und ja, ich glaube, so ganz chancenlos ist der VfB da auch nicht, wenn er gut reinkommt, ein bisschen Glück hat. Habe ich jetzt irgendwie vor dem Bayern-Spiel, hatte man ja schon so ein bisschen Angst vor einer Klatsche vielleicht, die hat man jetzt gar nicht mehr so richtig. Wahrscheinlich bereue ich meine Worte, aber ich gucke da jetzt eher optimistisch auf die Partie. Ja, ich glaube, dass die Anfangsphase fast schon spielentscheidend sein wird, weil Dortmund da in der Regel dann wirklich mit viel Dampf direkt früh einen Führungstreffer erzielen möchte. Und wenn du da Stand hältst und dann vielleicht ab und zu mal selber Konter fahren kannst, dann hast du ja schon gute Spieler, die Konter dann auch mit viel Tempo vortragen können. Dann kannst du natürlich schon den Dortmundern die ein oder andere Aufgabe stellen, aber sollte Dortmund mal in Führung gehen, wird es halt enorm schwer, da zurückzukommen. Aber selbst das ist nicht komplett ausgeschlossen. Aber an einem normalen Tag wird der VfB in Dortmund nicht gewinnen, aber an einem besonderen Tag vielleicht einen Punkt holen. Also so können wir es stehen lassen. Ich sage es wirklich, ich möchte wirklich einen Punkt. Also ich weiß, dass es ein bisschen übertrieben jetzt klingt, aber ich bin der Meinung, in der aktuellen Phase ist das nicht völlig utopisch zu sagen, man möchte aus diesem Spiel mit einem Punkt rausgehen. Ich glaube, dass das wirklich möglich ist. Ich glaube einfach dran. Glaub doch du auch einfach mal dran. Ich glaube auch dran. Fast überzeugt schon davon. Lass uns kurz über die Aufstellung des VfB sprechen und damit kommen wir zu unserem Startelf-Tipp. Und ich muss natürlich wie immer auflösen, wie lief der letzte Startelf-Tipp, Sebastian. Wir haben beide wieder die gleiche Anzahl an Spieler richtig vorhergesagt, nämlich zehn. Zehn von elf. Und damit verändert sich in unserer Tagessiegeswertung nichts. Du bist weiterhin bei neun Tagessiegen, ich bei acht. Also das ist weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und mal gucken, wen du heute aufstellst. Wir machen es wie immer schnell. Kobel ist gesetzt bei dir, bei mir. Das ist wenig verwunderlich. Ja. Und bei der Dreierkette, gibt es da bei dir Anpassungen oder ist es auch Machopalos-Anton-Kempf? Also das muss ich mir nur immer wieder notieren. Deswegen wundert euch nicht, wenn es zwischenzeitlich dann zu irgendwelchen Füllsätzen kommt. Gut, die Sechser-Position wird auch von Endo und daneben Mangala ausgefüllt, denke ich mal. Natürlich, ja. Also das übernehme ich auch. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ja, jetzt wird es langsam heikel, ne? Also wenn wir die Position mal davor besetzen. Castro fällt aus, fünfte Gelbe. Bei Didavi muss man wahrscheinlich sagen, wird es nicht für einen Startelf-Einsatz reichen. Vielleicht sitzt er auf der Bank. Oder vielleicht spielt er auch von Beginn an. Was sagst du? Also für mich erstmal auf den Außen Sosa und Silas wieder gesetzt. Also ich sehe, Silas auch nicht irgendwie als Mittelstürmer auflaufen. Sosa wird wieder genau da spielen, wo er gegen Bremen auch die meiste Zeit gespielt hat. Und Sosa wird definitiv wieder über den linken Flügel kommen. Da gehe ich mit. Jetzt bleiben dann noch drei Positionen übrig. Also wir haben einmal den Sturm, den wir besetzen müssen. Machen wir erstmal das. Siehst du da Kalajic vorne oder Koulibaly? Oder gehst du vielleicht sogar das Risiko ein und sagst, Gonzales beginnt direkt wieder von Beginn an? Nee, Gonzales sehe ich noch nicht in der Startelf. Ich hätte eigentlich Kalajic wieder aufgestellt, weil ich finde, dass es gegen Bremen wieder ganz gut gemacht hat. Die Welle festgemacht, abgelegt. Aber was du gesagt hast, dass man gegen Dortmund dann vielleicht doch auf mehr Tempo setzt, hat mir natürlich ein bisschen zu denken gegeben. Ich sage aber trotzdem, dass Kalajic spielt, weil Matarazzo nicht irgendwie rein, raus, rein, raus. Der kriegt jetzt mal zwei Spiele. Also Kalajic im Sturm. Also ich setze auf Trungi Koulibaly im Sturm und presche jetzt mal vor mit den beiden offensiven Zentrumspielern und sage Klimowicz und Förster werden spielen. Ja. Ich bin gerade am überlegen, also ich glaube, ich würde eigentlich auch gerne Förster spielen lassen, aber ich glaube, Förster kann ich nicht die Rolle von Castro geben. Ja, er wird schon eine andere Rolle spielen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Klimowicz so ein Stück noch weiter nach vorne schiebt, ja, und Förster vielleicht von Mangala das ein oder andere mal unterstützt wird. Je nachdem, wie es halt im Spiel läuft. Natürlich, Mangala wird als Hauptaufgabe schon die Defensive bekommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der dann vielleicht noch so ein bisschen unterstützt. Oder auch Endo, der kann das ja auch. Der ist ja jetzt auch nicht nur der reine Verteidiger, sondern der ist ja auch wirklich gut. Ich habe, glaube ich, am Sonntag gesagt, der ist sozusagen die Salon-Tür des VfB Stuttgart. Und das ist wirklich so ein Stück weit. Der kann diese Rolle eigentlich auch übernehmen. Und das wird dann schon ein anderes Spiel als mit Castro. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Klement neben Klimowicz. Nee, das Erstaunliche ist, dass sich ja Castro auf der Position doch so ein Stück weit unersetzbar gemacht hat. Weil wir haben keinen Spieler im Kader aktuell, der ihn so 1 zu 1 ersetzen könnte. Also mal gucken, wenn dann in der Rückrunde dann vielleicht mal jemand wie Ahamada irgendwie angreifen kann. Oder dass der mal Spielzeit bekommt. Das wäre dann vielleicht einer. Ja, aber aktuell schwierig, weil alle irgendwie doch ein Stück weit irgendwie anders agieren. Aber ich sage auch. Ahamada, wenn ich das ganz kurz vor deiner Entscheidung noch einwerfen kann. Ahamada wurde in den letzten Tagen gelobt von. Ja, ja, das habe ich gehört. Ja, er hat gesagt, am Anfang kam er gleich mit viel Schwung hier in die Trainingseinheiten. Und das sah echt gut aus. Dann hat er so ein kleines Tief gehabt. Und jetzt hat er sich aus diesem Tief wieder rausgearbeitet. Und ist wieder eine Option. Und gut, es wäre natürlich wirklich eine wahnsinnige Überraschung, wenn plötzlich Ahamada da auf dem Platz stehen würde. Aber mal ganz ehrlich, also wenn ich es einem Trainer zutraue, dann Matarazzo. Ja, nee, ich sehe das jetzt auch eher so ein bisschen perspektivisch. Man kann ja sich darüber unterhalten, dass der VfB keine Kohle hat. Und dass deswegen keine Wintertransfers kommen werden. Aber du hast ja mit Ahamada und auch mit Momo Sissé noch zwei Spieler. Den einen haben wir noch gar nicht gesehen. Den anderen, glaube ich, am ersten Spieltag ein paar Minuten. Also wenn die irgendwann mal so weit sind, dass sie halt eine Option für die erste Mannschaft sind, dann sind die ja quasi wie Neuzugänge. Und da freue ich mich schon drauf, die dann mal spielen zu sehen. Aber ich glaube, jetzt für Dortmund spielt Ahamada noch keine Rolle. Deswegen, wir wollen es ja ganz kurz machen. Ich sehe auch Förster, der da irgendwo dann im zentralen Mittelfeld seinen Dienst verrichtet. Und dann fehlt mir ja noch einer. Und ja, der setzt sich auch auf Klimowitz. Okay, dann unterscheiden wir uns mal wieder nur in der Besetzung des Sturms. Mal gucken, wer da... Ja, aber ich sehe aktuell jetzt keinen anderen, weil jetzt Klement und auch Massimo, die konnten jetzt gegen Bremen nicht unbedingt für sich werben, dass ich denke, die starten jetzt irgendwie. Und gut, ich meine, Klimowitz hat gar nicht gespielt. Weißt du, also Massimo kannst du eigentlich auch nicht ins Zentrum stellen. Wenn es meine Meinung ist, also das ist schon eher dann der Außenbahnspieler beziehungsweise vielleicht noch rechter Verteidiger oder so. Man kann natürlich über Karazor sprechen. Ich weiß nicht, Ahne, der fällt ja aus mit, ähm, was war das nochmal? Irgendwie eine Zerrung oder so, oder? Ja, also der ist dann keine Option. Also der ist natürlich kein offensiver Achter oder so, aber dass man vielleicht dann, weiß ich nicht, Manga da eine Position nach vorne schiebt, keine Ahnung. Also das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Aber nee, macht für mich keinen Sinn. Also ich sehe da wirklich, es führt aus meiner Sicht keinen Weg an Förster vorbei, ähm, und nicht etwa, weil der besonders gut ist, sondern weil es einfach keine Alternative aktuell gibt, aus meiner Sicht. Ähm, dem fehlt natürlich schon so ein bisschen das Tempo, aber er ist halt schon ein Spieler, der sehr engagiert ist, wie gesagt, ein gutes Pressingverhalten hat. Und ich fand, er hat es gegen die Bayern jetzt auch nicht komplett schlecht gemacht. Und das ist ja, sag mal so, von der Aufgabe her ein vergleichbarer Gegner. Ähm, und, und vielleicht, ja, macht er diesmal die Buden rein, nicht so wie gegen die Bayern. Er setzt einmal den Ball neben das Tor und schießt einmal Manuel Neuer an die Füße. Diesmal macht er das Ding einfach. Bin optimistisch. Förster, zwei Tore. So, bam. Und wir haben ja auch am Sonntag analysiert, dass Förster nicht grundsätzlich ein Problem im Tempo hat, sondern nur dann, wenn er den Fuß, ähm, den Ball am Fuß hat. Denn ohne Ball ist er richtig, richtig schnell. Ja, er hat zumindest in diese Speedwertung, ich glaube, in die Top 5 geschafft. Das ist schon mal, muss man ja mal lobend erwähnen an der Stelle. Gut, Sebastian, dann kommen wir zu einem weiteren Thema und da geht es so ein bisschen um die Zukunft des VfB Stuttgart. Und zwar haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es die große Vertragsverlängerungstriologie gab beim VfB. Endo, Sosa und Gonzalez haben verlängert. Jetzt hat der Kicker berichtet, dass Sven Mislintat die Verträge von Marc-Oliver Kempf, Orel Mangala, Sidas Wamangituka und Tongi Kulibadi zeitnah verlängern möchte. Also Kempf ist derjenige, der wäre vielleicht am dringendsten. Dessen Vertrag läuft am, ähm, 30.06.2022 aus. Mangala und Kulibadi haben beide noch Vertrag bis 2023 und Sidas sogar bis 2024. Äh, dann hat der Kicker auch noch davon gesprochen, dass Kaminski angeblich vor einem Wintertransfer steht. Also der würde sich angeblich umschauen. Äh, beziehungsweise der VfB wäre nicht abgeneigt, wenn der Spieler wechselt. Man möchte den Kader wohl noch ein bisschen verkleinern im Winter, in der Wintertransferperiode. Ich finde es ein bisschen riskant, weil du hast natürlich dann keinen zweiten, äh, keinen, keinen Ersatz für Kempf als, äh, linker Halbverteidiger. Also der Vorteil bei Kaminski ist halt einfach, es ist ein Linksfuß. Ähm, Bartschuber ist komplett raus, deswegen kann ich den nicht mit einrechnen. Äh, und dann hättest du nur noch Kempf als Linksfuß. Und das, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass da ein Backup nicht so schlecht wäre. Vielleicht planen sie dann auch mit Mola. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob der ein reiner Linksfuß ist. Müsste ich jetzt nachschlagen. Ähm, mach ich aber nicht. Aber, ja, grundsätzlich, wie siehst du's da? Also Kaminski würdest du sagen, okay, wenn der jemanden bringt, dann geben wir den ab? Oder sagst du, nee, also so ein Backup ist mir dann schon ganz recht? Vor allem, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, äh, weil man ja auch weiß, dass Marc-Oliver Kempf schon ein Spieler ist, der, also mit dem solltest du vielleicht nicht komplett für 34 Spieltage planen. Der hat halt schon immer mal wieder so ein, ne kleinere oder manchmal auch eine größere Verletzung mit drin. Ja, also grundsätzlich, das ist schwierige Situation, ne, weil grundsätzlich führt für Kaminski aktuell kein Weg in die Startelf, weil die drei da hinten das richtig gut machen. Aber du hast halt Mavropanos, der eine lange Verletzungshistorie hat. Du hast einen Kempf, der in seiner VfB-Zeit immer mal wieder verletzt ist, halt meistens irgendwie durch Fremdeinwirkung, mehr denn durch irgendwelche muskulären Geschichten. und, ähm, Anton war in dieser Saison auch schon mal verletzt. Also insofern wäre es natürlich nicht schlecht, dann noch einen Bundesliga-erfahrenen Spieler in der Hinterhand zu haben. Andererseits, finde ich, muss man es natürlich auch so ein bisschen aus Spielersicht sehen und wenn Kaminski hier so gar nicht zum Zug kommt, dass er dann sagt, äh, hey Leute, ich würde gerne echt noch ein bisschen Fußball spielen, lass mich mal woanders hingehen, ähm, dann sagt man vielleicht auch, okay, ähm, äh, machen wir, weil, ich weiß jetzt gar nicht, du hast zum Beispiel auch noch Aydonis, ja auch noch irgendwie in der Hinterhand. Also ein paar hast du ja noch, die dann auch Innenverteidiger spielen können. Stenzel ist noch da, der dann die Position auch rechts zumindest übernehmen kann. Aber klar, als, was die Linksfüße angeht, hast du dann ein kleines Problem. Ja, müssen wir mal gucken, wie der VfB sich am Ende dann entscheiden wird. Sollte es überhaupt ein Angebot geben für Kaminski? Ähm, ja gut, sein Vertrag läuft ja eh am Ende der Saison aus. Von daher, vielleicht macht es dann auch Sinn zu sagen, wir geben ihn im Winter ab, weiß ich nicht, mit einer kleinen Ablösegebühr oder so, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Planungen da sind, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel sowieso schon darauf verständigt hat, dass man den Vertrag nicht verlängert und man hat jetzt die Möglichkeit, ihn für ein paar Euro noch zu transferieren im Winter, dann kann man es, denke ich mal, machen. Und vielleicht gibt es ja auch eine Option, einen Transfer vorzuziehen, weil ich bin schon der Meinung, dass du irgendwie nochmal ein Backup brauchst, also ein Linksfuß. Und jetzt interessiert es mich dann doch, ob der Mola ein reiner Linksfuß ist oder nicht. Und ich gucke direkt mal nach, ähm, auf Transfermarkt. Äh, die Zeit müssen wir uns jetzt einfach mal nehmen. Ja, da muss man. Da muss man manchmal auch durch. Also, ja, er ist ein Linksfuß. Ja, also, dann hast du das schon schneller als ich nachgeschlagen, hervorragend. Okay, dann wäre das natürlich eine Option, auch wenn er natürlich, ähm, kein klassischer Innenverteidiger ist, aber durchaus diese Rolle. Ich meine, im Test gegen Sandhausen in der Vorbereitung schon sehr gut gespielt hat. Also, würde ich mir als, als Backup gefallen lassen. Ja, doch, das, das kann man dann machen. Was auch noch interessant war und auch im Kickerartikel stand, war, dass Dani Di Davi, äh, wir wussten ja bereits, dass Dani Di Davis, äh, äh, Vertrag sich automatisch verlängern wird, wenn er eine gewisse Anzahl an Spiele absolviert hat für den VfB. Der Kicker hat jetzt herausgefunden, dass es 25 sein müssen, ja, damit sich der Vertrag verlängert. Wie jetzt genau da, wann als, äh, ein Spiel, als ganzes Spiel gewertet wird, weiß ich nicht. Also, ob da unterschieden wird, ähm, ja, ob er jetzt eingewechselt wird, wie viele Minuten er dann gespielt hat, keine Ahnung. Also, von daher, äh, muss man diese Anzahl 25 Spiele vielleicht auch mit Vorsicht genießen. Vielleicht ist es dann irgendwie so, dass er eine Mindestanzahl an Minuten haben muss, um dann als, äh, komplettes Spiel gewertet zu werden oder so. Keine Ahnung, aber ich behaupte trotzdem mal, dass Dani Di Davi keine 25 Spiele machen wird in der Saison. Schließe ich eigentlich komplett aus. Er hat ja jetzt erst, wie viel, sieben oder so? Nach zehn Spieltagen sieben Spiele oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, aber dann hat man mal eine Zahl im Hinterkopf. Und der Kicker hat auch noch gesagt, dass es wohl, ähm, bei Di Davi durchaus Überlegungen gibt, ähm, ob man einfach nach dem Jahr jetzt hier in Stuttgart nicht nochmal so einen Ausflug in die Staaten unternimmt. Also, Thema MLS, ähm, ich meine, Dani Di Davi hat ja schon so ein großes Interesse an der amerikanischen Kultur grundsätzlich. Das merkst du ja schon, auch wenn du ihn früher auf Instagram, äh, verfolgt hast. Und jetzt geht's ja nicht mehr. Und von daher würde es, glaube ich, schon Sinn machen, wenn er da vielleicht nochmal diesen, diesen Weg geht in die MLS. Und, ähm, ja, gut, ich, 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 ich hab's schon ein paar Mal gesagt. Ich, ich, ich find ihn so jetzt, ich find ihn schon okay, dass wir den, den im Kader haben. Aber ich muss es nicht unbedingt verlängern oder so. Also, wenn wir sagen, nach dem Jahr Schluss, dann ist es auch okay für mich. Ja. Und jetzt hab ich noch eine Frage abschließend. Das, äh, wollte ich ja eigentlich hauptsächlich besprechen in diesem Segment. Und zwar hab ich mir überlegt diese Woche, auf welcher Position siehst du eigentlich aktuell am meisten Handlungsbedarf? Wenn du dir den VfB jetzt so anschaust, wo sagst du? Also, also hier brauchen wir eine Verstärkung. Hm, natürlich eine knifflige Frage. Ja, ich hab wirklich lange überlegt. Weil du musst natürlich auch taktisch so ein bisschen denken, dass du jetzt nicht irgendwie einem jungen Talent, ähm, apropos, vorhin wir über Dortmund gesprochen haben, haben wir ja den Eckloff ganz vergessen. Der ist ja theoretisch auch noch eine Option. Ja, ich hatte ihn im Hinterkopf, aber ich seh ihn jetzt nicht unbedingt als jemand, der dann gleich in die Starthelf reinkommt. Also, dass er da vielleicht Minuten bekommt endlich mal, halte ich für nicht ausgeschlossen. Aber für die Starthelf seh ich ihn jetzt eher nicht. Okay, also, fällt dir jemand ein? Oder fällt dir eine Position ein, auf der du Handlungsbedarf siehst? Ja, aber wir hatten, also, was wir ja gerade schon gemerkt haben, jetzt, wenn Castro ausfällt, dann hast du erstmal keinen Spieler, der ihn 1 zu 1 setzen kann, was die Position so angeht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil du das dann irgendwie anders abfedern kannst. Aber so in dem Bereich, Castro und auch Endo, weil die beiden auch natürlich jetzt gerade so gut spielen, da sehe ich jetzt keinen, der da gleich einspringen kann. Also, jetzt, morgen liest du, schlägst du die Zeitung auf und liest, Endo fällt drei Monate aus, also, wer soll das dann kompensieren erstmal? Also, ich finde, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf. Und, ähm, offensiv, da hätte ich vielleicht noch jemanden anstelle quasi von Al-Gadoui, der halt mehr Chancen hat, auch mal zu spielen. Aber du siehst jetzt immer nur in der Backup-Rolle Handlungsbedarf. Ja, ja, jetzt, ach, du meinst jetzt, ja, weil, ich meine, der VfB spielt ja die Saison jetzt wirklich so gut, so wahnsinnig gut, aber überraschend gut. Da ist jetzt ja keiner auf dem Feld, wo ich sage, boah, da hätte ich jetzt gerne, gerne irgendjemand anders. Vor allem nicht in der Formation, in der sie jetzt spielen. Also, Thema jetzt echte Außenverteidiger zum Beispiel, wäre natürlich was, aber, ja, wenn man es taktisch betrachtet, dann fehlen die ja aktuell nicht. Also, ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich, glaube ich, gerne jemanden hätte für die Position aktuell neben Castro. Also, ich sehe schon, dass der Klimowitz da eine Menge mitbringt und das sieht schon ganz gut aus. Und, ähm, ja, auch ein Förster kann da mal aushelfen. Aber, äh, ja, mir fehlt da einfach so jemand, der konstant, ähm, wirklich gute Leistungen bringt und dann vielleicht auch noch mal Aktionen mit einfließen lassen kann, die dir in Momenten, wo es nicht so gut läuft, einfach ins Spiel rumreißen können. Ich sage jetzt mal ganz übertrieben, so jemand wie Max Kruse. Ich meine, nicht falsch verstanden, ich möchte nicht Max Kruse, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, den Namen hatte ich aber auch gerade, gerade im Hinterkopf. Aus nichts irgendwas, so. Und so ein Spielertyp, das wäre natürlich noch mal geil. Der sich aber auch im Gefüge dann irgendwie einwidern lässt, weil ich glaube, Kruse musst du schon viele Freiheiten geben, damit er so spielen kann, wie er es zuletzt bei Union tat und natürlich auch früher bei Bremen und so. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl als Spieler, aber weißt du, was ich meine? Einfach wirklich so ein Spieler, der nochmal ein Spiel komplett entscheiden kann. Schwierig, so jemanden zu finden, das weiß ich schon. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Das ist die einzige Position, wo ich aktuell wirklich Handlungsbedarf sehe. Und das ist schon eigentlich fast ein Lob für Sven Missentat, muss man sagen. Der Wahnsinn, ja. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon wieder bei Sven Missentat und seine Vertragsverlängerung soll hier wieder in den Fokus rücken. Da gab es ein paar Aussagen von Sven Missentat, die jetzt gar nicht so neu waren. Im Endeffekt hat er sich da nur noch mal wiederholt. Er hat ja jetzt schon in diversen Interviews gesagt, dass er sich mehr oder weniger mit dem VfB, was zum Beispiel das Finanzielle angeht und so, einig ist. Pass auf, ich lese erstmal seine Zitate vor und ich glaube, dann können wir ausführlich darüber sprechen. Also, Sven Missentat sagte am Montag Folgendes. Finanziell sind wir uns im Prinzip einig. Jetzt gibt es nur noch zu besprechen, wie man die Kompetenzen und die Verantwortungsbereiche absichert. Für mich ist ganz wichtig, den Weg, den wir hier begonnen haben, fortsetzen zu können. Dazu gehört auch die Absicherung meiner Kompetenzen. Es geht mir nur darum, den Weg sauber fortsetzen zu können in der Konstellation, die wir haben. Das ist eine legitime Forderung und ich hoffe, dass das mein Klub auch so sieht. Ja, da könnte man jetzt ja fragen, drängt das Sven Missentat so ein Stück weit auf den Sportvorstandsposten? Weil es ließ sich ja schon so, dass er zumindest sich Sorgen macht, was wäre hier los, wenn zum Beispiel Thomas Hitzisberger sagt, ich mache jetzt nur noch den Vorstandsvorsitzenden und installiere einen neuen Vorstandsport. Also nicht Sven Missentat, sondern jemand Externes. Christian Gentner. Ja. Also kommt das bei dir auch so an? Ja, total. Ja, genau. Das ist der Punkt. Also der sagt ja, Sven Missentat sagt ja, also ich würde halt sofort verlängern. Ich möchte aber eigentlich nur unter dem Sportvorstand Thomas Hitzisberger weiterarbeiten. Beziehungsweise entweder unter Thomas Hitzisberger in der aktuellen Konstellation oder ich übernehme die Rolle von Thomas Hitzisberger. So kommt es mir halt so. Er sagt, in der Konstellation mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Was aber passiert, wenn Thomas Hitzisberger nur noch Vorstandsvorsitzender ist? Dazu muss man wissen, Thomas Hitzisbergers Vertrag als Sportvorstand läuft im Oktober 2022 aus. So habe ich mir das notiert. Dann wird es wahrscheinlich auch stimmen. Und es besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass man sagt, oder wir haben ja damals auch gefordert, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Hitzisberger sozusagen sein eigener Chef ist. Also Vorstandsvorsitzender und Vorstandsport in Personalunion. Auf der anderen Seite würde ich es schon wieder ein bisschen schwierig finden, wenn Sven Missentat plötzlich Sportvorstand und Sportdirektor in Personalunion ist. Weil das war ja zum Beispiel einer der Kritikpunkte zu Reschke-Zeiten und auch zu Schindelmeiser-Zeiten, dass es immer hieß, das ist eigentlich viel zu viel Arbeit für einen Mann. Also eigentlich braucht der Sportvorstand zwingend noch einen Sportdirektor. Und man könnte natürlich überlegen, ob man Sven Missentat jetzt den Sportvorstandsposten gibt. Aber dann musst du dir wahrscheinlich schon wieder Gedanken machen, ob man nicht noch einen Sportdirektor braucht. Vielleicht kann das auch Markus Rüth übernehmen oder so. Also wäre das noch eine Möglichkeit, dass man Rüth da nochmal ein Stück weit befördert. Ja, also ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich denke mir so, erstens gehört dieses Thema in die Öffentlichkeit. Muss man das so öffentlich besprechen? Vielleicht erstmal da zu deiner Einschätzung. Findest du das nicht ein bisschen merkwürdig, dass das so regelmäßig in diversen Interviews von Sven Missentat in die Öffentlichkeit getragen wird? Also einerseits freue ich mich ja, dass man Infos bekommt, woran es aktuell noch hapert. Also anscheinend nicht am Geld und eigentlich auch nicht an den Kompetenzen, sondern halt irgendwie so ein bisschen an der Planungssicherheit. Das freut mich ja dann ein Stück weit. Aber klar, ich bin auch eigentlich der Meinung, dass man sowas eigentlich auch intern dann besprechen könnte, ohne, dass man das dann in der Zeitung liest, woran es jetzt noch liegt. Ja, und der zweite Punkt ist für mich, ich finde, man setzt den VfB auch hier so ein bisschen unter Druck. Ja, man sagt ja im Endeffekt, ja, also wenn der Hitze nicht verlängert, beziehungsweise wenn das nicht abgesichert ist mit meinen Kompetenzen, dann bleibe ich nicht hier. Und aktuell, natürlich, Sven Missentat wird überall gefeiert, auch zu Recht, er hat einen tollen Kader zusammengestellt. Jeder lobt den VfB, alle sprechen davon, dass das echt auch für die Zukunft gut aussieht aktuell. Also das möchte ich jetzt hier gar nicht in Abrede stellen, aber ich möchte halt auch nicht, dass man jetzt so eine Entscheidung trifft und sich, wie gesagt, dass man sich so ein bisschen unter Druck setzen lassen hat. Und deswegen dann, sag ich mal, Sven Missentat hat Dinge zugesteht, die man unter anderen Umständen vielleicht nicht ihm zugestanden hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich hoffe halt, dass man da aktuell mit klarem Kopf und viel Verstand die Situationen, die aktuelle Situation bespricht und dann eine Entscheidung trifft. Was nicht heißen muss, dass man nicht mit Sven Missentat verlängert, sag ich gleich dazu. Ja, absolut. Ich finde, die Diskussion zeigt ja zwei Dinge. Einmal, dass diese Personalunion von Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand, die Thomas Hitzelsberger ausübt, dass die nicht ideal ist. Das sieht man jetzt auch wieder. Das ist einfach nicht optimal. Und das andere zeigt auch, dass Sven Missentat da schon eine ganz eigene Art hat, Verträge zu verhandeln oder generell zu verhandeln. Wir erinnern uns daran, er hat auch ja quasi sein Schicksal mit dem von Materazzo verknüpft. Man hat erst mal dessen Vertrag ja damals ohne Not eigentlich verlängert und dann ja auch klar gesagt, also wir gehen mit dem durch die Saison. Ist halt so. Und damit war ja klar, okay, wenn das scheitert, das Ding mit Materazzo, dann scheitert eigentlich auch Missentat. Hat also seine eigene Person an die, oder seine eigene Zukunft an die des Trainers geknüpft. Und jetzt knüpft er seine Vertragsverlängerung an die Personalie Thomas Hitzelsberger. Und ich finde es schwierig, weil was kommt als nächstes? Dann verlängert jetzt Mangala nur unter der Bedingung, dass Materazzo Trainer bleibt. Also das ist halt das Geschäft auch. Also wenn jetzt halt dann jemand anders kommt, dann ist es so. Und natürlich ist es schön, im gewohnten Team zu arbeiten und da ändert sich dann nichts und so weiter. Aber vielleicht hat er da auch dann schlechte Erfahrungen aus London mitgebracht oder so und hat dann gemerkt, okay, wenn sich da in der Hierarchie über mir was ändert, dann beeinflusst das meine Arbeit eventuell so negativ, dass es dann gar nicht mehr funktioniert. Aber ich finde diese, ich verlängere nur dann, wenn alles so bleibt, wie es ist, finde ich gerade im Thema Fußball etwas schwierig. Und ja, da gibt es ja eigentlich jetzt dann nur drei Optionen eigentlich. Entweder Thomas Hitzelsberger verlängert seinen Vertrag auch langfristig oder Thomas Hitzelsberger, Entschuldigung, oder das Vermissitat wird Sportvorstand. Oder Thomas Hitzelsberger gibt das Amt des Vorstandsvorsitzenden auf und ist nur noch Sportvorstand. Ja, ich glaube, das ist die unwahrscheinlichste Variante. Das glaube ich auch. Ich gehe eigentlich davon aus, dass man irgendwann zeitnah, Sven Missentat, diesen Vorstandsportposten geben wird. Weil diese Diskussionen, die halten sich ja schon relativ hartnäckig. Und vielleicht macht man es dann wirklich so, dass entweder nochmal jemand dazugeholt wird. Ja, ich meine, man kann ja schon sagen, die vier, man muss ja sagen, die vier, also Rüth, Hitzelsberger, Missentat und auch Matarazzo, sind ja schon so ein eingeschworener Haufen und arbeiten zusammen. Und ich glaube, dass es in der Konstellation wirklich nicht so wichtig ist, wer jetzt da welchen Posten innehat. Sondern die arbeiten miteinander. Natürlich setzt dann je nach Transfer, somit denke ich mal, mal Thomas Hitzelsberger und Marcel Missentat die Unterschrift unter irgendeinem Vertrag. Aber im Großen und Ganzen ist da, glaube ich, schon eine große Einigkeit vorhanden. Oder herrscht da eine große Einigkeit. Und dann kann das auch funktionieren. Ja, das sehe ich genauso. Und vor allen Dingen ist ja Missentat eigentlich schon jetzt Sportvorstand. So gesehen, ja. Dass sich Thomas Hitzelsberger jetzt großartig irgendwelche Transfers einmischt oder die ankündigt oder abwickelt, das haben wir auch nicht gesehen auf den Bildern. Wenn Verträge verlängert werden, sind es auch immer so Missentat. Also insofern ändert sich ja nichts daran, wenn er jetzt dann quasi eine Position nach oben rutschen würde. Und dann wäre halt in der Tat die Frage, ob man dann noch einen Sportdirektor benötigt, der ihn da halt so ein bisschen entlastet. Und da wäre natürlich dann die Position frei. Also entweder du hast gesagt, Markus Rüth. Oder dann halt für Christian Gentner oder Mario Gomez oder einen ehemaligen Spieler, den man dann einbinden könnte. Ja, ich meine, Christian Gentner macht ja auch aktuell bei diesem Wirtschaftslehrgang des DFB mit, wo es darum geht, dann später mal eine Position im Management irgendeines Bundesliga-Vereins zu übernehmen. Also das halte ich jetzt nicht für komplett absurd, dass man sich da irgendwie mal einigen kann. Aber ob das jetzt direkt dann schon ab 2021 der Fall sein wird, da mache ich eher ein Fragezeichen dahinter. Also ja, ich bin mal gespannt, wie das am Ende dann ausgeht und wie dann die aktuellen gegebenen oder die dann vorherrschenden Gegebenheiten sein werden. Ob Missentat jetzt dann Sportvorstand ist oder eben nur, in Anführungsstrichen, nur Sportdirektor. Prinzipiell nochmal abschließend dazu stelle ich mir natürlich schon die Frage, ob man aktuell schon Dinge bewusst nach außen trägt, um vielleicht eine Botschaft nach innen zu senden. Also um nochmal zurückzukommen darauf, dass das wirklich sehr öffentlich diskutiert wird aktuell. Da frage ich mich halt, warum. Und was ich meine, also es gab ja auch letzte Woche diesen Artikel, wo davon gesprochen wurde, dass Adrion vielleicht nicht so der größte Missentat-Fan sein soll. Und auch mit diesem Satz, der dann in einem Artikel aufgegriffen wurde mit Sven hat nicht vergessen, was hier nach dem KSC-Spiel los war und so. Das sind ja schon Aussagen und Internas, die wirken sehr gestreut, wenn du verstehst, was ich meine. Und warum macht man das? Also man möchte ja gerade kein Zeichen nach außen senden, ist mein Gefühl, sondern eher nach innen. Aber man wehrt den Weg über die Öffentlichkeit. Vielleicht ist das auch nochmal ein Anzeichen, dass es intern vielleicht nicht ganz so harmonisch zugeht, wie man das vielleicht aktuell erwarten würde, weil der VfB ja, würde ich sagen, schon sehr erfolgreich ist momentan. Weiß ich nicht, wie das bei dir ankommt. Ja, sehe ich ähnlich auch jetzt. Das Thema Vertragsverlängerung, Missentat, zieht sich jetzt ja schon ein bisschen wie Kaugummi. Und wenn sich alle, alle, alle ganz, ganz einig wären, dann wäre das Thema ja durch. Dann würde man ja irgendeine Lösung finden. Und dadurch, dass jetzt ja doch die Sachen immer nach außen getragen werden, hat man ja schon das Gefühl, dass es da auch verschiedene Positionen gibt innerhalb des VfBs. Und jeder versucht sich da jetzt vielleicht so ein bisschen in Stellung zu bringen. Und also auch an der Front bleibt es, glaube ich, spannend, weil jetzt gerade so mit dieser neuen Entwicklung, dass es nicht ums Geld geht, sondern halt wirklich um eine Personalkonstellation eigentlich oberhalb der Sportdirektor-Position, die dann entscheidend ist, ob er seinen Vertrag verlängert. Das ist schon speziell, finde ich. Also da bin ich echt gespannt, was sich da noch tut in den nächsten Wochen. Ich glaube sogar, es geht um noch ein bisschen mehr sogar. Also wie gesagt, man liest das inzwischen sogar dann schon in diversen Medien, dass nicht alle innerhalb des Vereins auch zufrieden sind mit Sven Mistentat. Da wird dann immer mal wieder dieses Thema eigene Jugend aufgerollt und Verbindungen zu irgendwelchen Beratern oder so. Also da habe ich jetzt keine Fakten, die ich vorweisen kann. Das ist einfach nur das, was man liest oder was man mal hört oder so. Aber da wurden mir auch keine Fakten präsentiert, die mir jetzt irgendwie der Anlass zur Sorge geben, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich finde es halt interessant, dass hier viel an die Öffentlichkeit getragen wird. Dinge, die so eigentlich sonst nie öffentlich diskutiert werden. Und dazu dann eben die Berichte über auch interne Probleme. So möchte ich es mal stehen lassen. Und das ist immer kein gutes Zeichen, wenn sowas nach außen dringt. Weil das hat ja auch Gründe, warum sowas nach außen dringt. Gut, wollen wir es mal dabei belassen und widmen uns einem Thema, das unheimlich kompliziert ist. Und zwar der TV-Gelder-Verteilerschlüssel für die kommende Saison und für die darauffolgenden drei Spielzeiten wurde gestern der Öffentlichkeit präsentiert. Ja, wir haben uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, wie wir das Thema jetzt eigentlich angehen sollen. Denn so wirklich durchsteigen, das tun wir wirklich nicht bei der ganzen Sache. Deswegen versuchen wir es mal vorsichtig aufzurollen, Sebastian. Also mein erster Eindruck war halt, die große Reform ist ausgeblieben. Es gibt marginale Anpassungen, die allerdings so gut wie nichts verändern an der aktuellen Lage. Es wird ab der Saison 2021, 2022 nur noch in Anführungsstrichen 1,1 Milliarden zum Verteilen geben. Und die sollen jetzt gleichmäßiger verteilt werden, heißt es. Und das fängt damit an, dass 53 Prozent der Gesamtsumme in gleichen Teilen an die Clubs weitergegeben werden. Damit können dann praktisch die Clubs fest planen. Das waren früher weniger. Man muss aber gleich dazu sagen, diese 53 Prozent werden nach zwei Jahren wieder auf 50 Prozent abgesenkt. Und man macht das deshalb, weil man natürlich so ein Stück weit den vielen Clubs, die momentan Probleme haben durch die Corona-Pandemie, dass man denen so ein bisschen Planungssicherheit an die Hand geben möchte. Und wenn man von Fixbetrag spricht, muss man hier natürlich nochmal unterteilen. Für die Bundesligisten ist das 24,7 Millionen. Mit denen können sie fix planen. Und für die Zweitligisten sind es dann 6,9 Millionen. Was natürlich dann schon wieder ein extremes Gefälle ist, muss man einfach so sagen. Und wie gesagt, dass man das dann ab der Saison 23, 24 wieder senkt, ist natürlich, also da merkt man halt direkt, man möchte hier nicht was reformieren, sondern eher den aktuellen oder den aktuellen Status zementieren, so möchte ich es mal sagen. Es gibt ja noch weitere Säulen, die natürlich mit reinspielen, zum Beispiel die Fünfjahreswertung, die 42 Prozent der Erlöse ausmachen wird. Wie gesagt, ich steige da nicht ganz durch, muss ich ganz ehrlich sein. Also das ist relativ kompliziert. Wir haben vorhin mal ganz kurz gesprochen, dass man eigentlich jetzt mal so eine Tabelle bräuchte, wo man sieht, wie viel würde der VfB nach aktuellem Verteilerschlüssel bekommen und wie viel würde der VfB nach neuem Verteilerschlüssel bekommen. Dann wäre es noch interessant zu sehen, wie viel bekommt zum Beispiel ein relativ junger Bundesligist wie Union Berlin, die jetzt erst im zweiten Bundesliga-Jahr sind und wie viel bekommt zum Beispiel so einen Retorten-Klub wie Leipzig, weil ja dann auch nochmal die Komponente Interesse an den Klubs und so mit reinspielt. Da hat man die Prozente ein bisschen erhöht. Das macht jetzt 2,5 Prozent aus. Ich glaube, davor waren es irgendwie 1,75 oder so. Ja, es ist schwierig zu beurteilen aktuell für mich. Ich weiß nicht, was ist denn dein Eindruck jetzt von diesem neuen TV-Gelder Verteilerschlüssel? Also es scheint ja wirklich marginal zu sein. Man möchte vielleicht so den Anschein erwecken, als ob man auch der aktuellen Situation halt Rechnung tragen möchte und alles so ein bisschen gerechter machen möchte. Ich glaube, Seifert hat ja auch gesagt, die Spreizung wird irgendwie kleiner und auch Aki Watzke war ja ganz betrübt, weil das irgendwie nicht gut für Dortmund ist. Aber wenn man sich das so anguckt, dann scheint es wirklich in kleinen Bereichen sich ein bisschen was geändert zu haben. Aber dass die großen Klubs jetzt viel weniger bekommen und die kleinen Klubs deutlich mehr, ist glaube ich nicht der Fall. Aber das wird man jetzt wirklich mal abwarten müssen, bis es da mal vielleicht Beispielrechnungen gibt. Also wie du gesagt hast, was kriegen die Vereine nach dem aktuellen Schlüssel und was würden sie nach dem neuen Schlüssel bekommen? Und dann sieht man ja, wer profitiert und wer nicht profitiert. Und ich hoffe mal, dass wir das in den nächsten Wochen dann von schlauen Menschen, die mit Excel und Taschenrechnern umgehen können, mal präsentiert bekommen. Und dann kann man sich ein abschließendes Urteil machen. Ich glaube, was man jetzt aber schon sagen kann, es ist sicherlich keine Revolution im Verteilerschlüssel der Fernsehgelder. Und vermutlich wird Karl-Heinz Rummenigge auch nicht ins Kissen weinen, wenn er jetzt die neuen Prozentsätze da sieht. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich fand noch interessant, dass der Herr Seifert Folgendes gesagt hat. Die Klubs haben in der Vergangenheit an der Spielergehälterfront zu wenig gemacht. Also er ermahnt da mehr oder weniger die Bundesliga-Vereine nicht mehr über ihre eigenen Verhältnisse zu leben. Und eigentlich ist das ja fast schon eine Entwicklung auch des ungleichen Verteilerschlüssels. Weil ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn du halt als VfB Stuttgart aufsteigst und möchtest die Liga halten, musst du ins Risiko gehen. Also du wirst es nicht anders schaffen, weil der Abstand zu groß geworden ist. Also natürlich kannst du das jetzt nur auf junge Spieler setzen. Das ist auch eine Option, aber es ist halt auch wahnsinnig riskant. Aber eigentlich musst du erstmal viel Geld in die Hand nehmen, um dich in der Bundesliga wieder zu etablieren. Und das resultiert ja eben daraus, dass du, wenn du absteigst, einfach so wenig Geld nur noch bekommst, dass du den Anschluss direkt nach einem Abstieg verlierst eigentlich zu den anderen Bundesligisten. Und da fand ich den Vorstoß, der ja von dem Clubbündnis, das der VfB auch unterstützt hat, vorgebracht wurde, dass gerade die Zweitligisten vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen sollten, den fand ich ja eigentlich ganz gut. Und der ist ja komplett vom Tisch und du siehst ja jetzt schon wieder diesen extremen Unterschied zwischen 1. und 2. Liga. Und wie gesagt, ich verstehe es natürlich auch, das Interesse an der 1. Liga ist natürlich viel höher als an der 2. Liga. Aber trotzdem ist mir die Kluft immer noch zu groß. Ja, also ich sehe da immer noch keine große Solidarität und auch keine Demut oder so, sondern hier kämpfen immer noch alle mit ähnlich harten Bandagen wie vor Corona. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich da groß was ändern wird. Aber so ein bisschen habe ich natürlich schon die Hoffnung gehabt, als dann im April davon gesprochen wurde, dass man da vielleicht umdenken muss und der Profifußball sich da vielleicht auch hinterfragen müsse. Dazu passt vielleicht auch noch eine gute Aussage von Cem Özdemir, der ein Kicker-Interview gegeben hat. Und ich glaube in der Montagsausgabe kann man das finden, der meinte, mir fällt in Zeiten der Pandemie auf, dass bei einigen, die zu Beginn der Krise mehr Solidarität und Demut bei den Clubs gefordert haben, nicht mehr allzu viel davon übrig geblieben ist. Und ich glaube, das fasst die ganze Situation ganz gut zusammen. Wenn man ehrlich ist, hat man ja auch das damals im Frühjahr schon erwartet, dass es genauso kommt. Wir hatten gedacht, okay, wenn dann das Virus irgendwann mal weg ist, dann ist alles wieder wie vorher, was die Geldgierigkeit der Clubs angeht. Jetzt ist das Virus sogar noch da und die sind trotzdem wieder so geldgierig wie immer schon gewesen. Also es ist nicht überraschend, aber es ist trotzdem irgendwie relativ traurig. Genau, also natürlich habe ich damit gerechnet, dass alles weiter so geht, wie es davor war. Aber so ein bisschen hofft man halt schon, dass sich irgendwas ändern wird. Und wie gesagt, gerade weil man halt gesehen hat, dass ganz viele Vereine kurz vorm Ausstanden, als dann keine Spiele mehr ausgetragen wurden und diese letzte Charge der TV-Gelder nicht gezahlt wurde. Das waren ja jetzt nicht nur irgendwie Vereine, die jahrelang schlecht gewirtschaftet haben, wie Schalke oder so, sondern ich glaube, für Union wären auch große Probleme entstanden, wenn die Bundesliga-Saison nicht beendet worden wäre. Ja, ich dachte halt schon, dass man sich da mehr Gedanken zu macht, auch was die Nachhaltigkeit der Bundesliga angeht. Ich finde, das ist halt zu kurzfristig gedacht aktuell. Also Dortmund, ich kann es verstehen, dass Dortmund sagt, ja, für uns zählt jeder Cent, ja, auch wenn es natürlich viel mehr Geld ist als, was weiß ich, zum Beispiel für Paderborn oder so. Aber sie haben natürlich auch einen extrem teuren Kader und es fehlt natürlich viel Geld für die Dortmunder. Also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wenn es hier wirklich eine Revolution geben würde in Sachen TV-Gelder, müssten wir wahrscheinlich auch damit leben, dass der ein oder andere Verein zumindest mal in unruhiges Fahrwasser gerät. Also ich könnte mir vorstellen, für Schalke oder auch für Dortmund ist das nicht angenehm, wenn dann auf einmal, keine Ahnung, 5, 6 Millionen weniger ausbezahlt werden. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, wie wir Fans uns das vielleicht manchmal machen. Das verstehe ich andererseits auch, aber ich glaube, hier wäre trotzdem mehr drin gewesen. Und es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, so ein Zeichen zu setzen, dass eben Thema Solidarität dann doch durch Corona mehr in den Fokus gerückt ist. Ich glaube, das hat man hier verpasst. Und mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Weil das Spannende, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wird ja eigentlich dann sein, wenn die Pandemie hinter uns liegt und man sich anschaut, wer und wie viele wieder ins Stadion gehen. Weil da bin ich wirklich gespannt, welche Auswirkungen das auf Fankultur und so haben wird, die aktuelle Pandemie. Ja, da mache ich mir ehrlich gesagt auch große Sorgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir schon ein komplett anderes Publikum vielleicht nach der Pandemie im Stadion sehen werden. Und ich möchte es noch gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, aber es wird, glaube ich, schon anders werden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Okay, Sebastian, dann sind wir fast schon am Ende. Wir haben noch zwei kleine Themen, die wir besprechen müssen. Zum einen natürlich, dass der VfB endlich mal wieder auf großer Bühne auftreten wird. Und zwar wird der VfB Stuttgart am 23. Dezember, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie wir das hier gerade hier uns zusammengeschrieben haben, auf Freiburg treffen im DFB-Pokal. Und das Ganze wird von der ARD live übertragen. Los geht es um 20.45 Uhr. Eigentlich sollte das Spiel um 18.30 Uhr starten, aber aufgrund dessen, dass das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Leverkusen verschoben wurde, vom 23. Dezember auf den 12. Januar, bekommt jetzt der VfB und Freiburg den Zuschlag und wird in der ARD live gezeigt. Ja, das ist ja fantastisch, würde ich mal sagen. Ja, besser geht es nicht. Oder ein Tag vor Heiligabend, Pokalspiel gegen Freiburg, Heimspiel ohne Zuschauer. Ja, wunderbar. Fanradio, ARD, toll. Ja, genau, das muss man dazu sagen. Wir werden das Spiel natürlich mit dem Fanradio begleiten ab 20.15 Uhr. Und das Fanradio wird es auch am kommenden Dienstag geben. Dann natürlich zum Union-Spiel, zu der großen Revanche, muss man sagen. Also das ist echt hart, dass hier keine Zuschauer im Stadion sein dürfen. Weil das ist so schon, ja, mein neuer Erzfeind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Union, das ist wirklich nur eine große Wunde, die geschlossen werden muss. Also ich hoffe, dass die Mannschaft das irgendwie hinbekommt. Man muss Union wirklich vernichten am Dienstag. Also irgendwie so ein 4-5-0, das würde mir dann doch sehr gut gefallen. Natürlich, ich weiß schon, dass ich hier gerade übertreibe. Aber die Union, weißt du, was für mich auch so schlimm ist bei Union Berlin? Wenn du die vielen tollen Union-Fans dann so auf Twitter verfolgst oder auch die Podcasts hörst, dann merkst du, dass die das einfach nur genießen, dass sie in der Bundesliga sind. Die ärgern sich nicht mal, dass sie gegen Hertha verlieren, ihr Derby da. Und das ist für mich als VfB-Fan unerträglich. Bei uns würde einfach der Baum bremmen, wenn wir gegen den KSC verlieren. Und die Unioner sagen halt, ja, ich meine, die waren halt besser. Und ja, das gehört halt dann dazu, dass du so ein Spiel verlierst. Und ich denke mir, nein, ihr müsst euch doch mal ärgern. Aber nein, sie ärgern sich nur darüber, dass Max Kruse ausfällt. Das ist für sie schlimmer als die Niederlage gegen Hertha. Und dass die da so entspannt mit dem ganzen Thema Bundesliga umgehen, ich glaube, das bringt mich so richtig auf die Palme. Furchtbar, ne? Furchtbar, so sehr entspannte Leute. Dadurch, dass wir am Dienstag nächste Woche das Fanradio haben, müssen wir natürlich die SDR-Ausgabe ein bisschen vorziehen. Das heißt, wir werden am Montag aufnehmen. Die wird dann bei euch Dienstagnacht im Podcatcher erscheinen. Und ihr habt dann Zeit, am Dienstag euch das anzuhören. Unsere Besprechung, ja, unsere Dortmund-Besprechung und natürlich dann der Vorbericht zum Unionsspiel. Also wundert euch nicht, wenn es da in den nächsten Tagen die ein oder andere Zusatzfolge geben wird. Ich wollte sagen, das klingt alles ganz schön kompliziert jetzt. Ich glaube, wir müssen auch so ein Share-Pick machen mit Spielplan STR Dezember 2020, damit ich da nicht durcheinander komme. Ja, das Schöne ist ja, die Folgen fallen ja automatisch bei euch in den Podcatcher. Und dann müsst ihr euch eigentlich um nichts kümmern. Und wir zwei kriegen das miteinander irgendwie gelöst. Ja, doch, vermutlich schon. Oder du rufst dann halt irgendwie per Studiolink bei mir an. Und das tut es die ganze Zeit, weil ich gar nicht da bin, weil ich mich am Tag geirrt habe. Aber dann würde ich mich, glaube ich, auch nochmal telefonisch melden. Gut, dann habe ich ja vorhin davon gesprochen, dass ihr gerne offensichtlich abstimmt. Zumindest macht ihr das beim Spieler der Saison. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch noch den Rookie des Monats zu wählen. Denn mal wieder ist ein Spieler des VfB Stuttgart nominiert worden. Es gibt ja den sogenannten Rookie Award, ich glaube von der DFL. Ihr findet das Voting unter rookie-award.com. Und ihr könnt für Silas Wamangituka abstimmen. Der wurde nominiert für den Titel Rookie des Monats November. Seine Kontrahenten sind Ryan Sessegnon von Hoffenheim und der Kollege Locrin vom VfL Wolfsburg. Der war schon, ich glaube, im Oktober nominiert. Damals hat Matteo Klimowitz den Titel des Rookie des Monats geholt. Das war doch Oktober. Und wahrscheinlich stellen sie Lacroix so oft dahin, bis er gewonnen hat. Ja, er macht es ja auch wirklich gut. Aber er hat halt keine Spaß gegen die Stuttgarter. Also ihr müsst da mitmachen. Ihr seht es schon, es ist Wolfsburg und Hoffenheim. Also im Endeffekt reicht es, glaube ich, wenn wir zwei für Wamangituka abstimmen, dann müsste der eigentlich direkt gewonnen haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Wolfsburg und Hoffenheim wirklich Fans mobilisieren können, die ihre Spiele hier oben drohen. 30, 30 Prozent zählen die Stimmen von Experten. 30 Prozent zählen die Stimmen der Clubs. Und die Fans stimmen machen 40 Prozent aus. Also wenn man da fleißig für Silas abstimmt, ich glaube, man hat ja eine ganz gute Chance. Und er hat es ja nicht nur verdient, weil er so eine große Fanbase hinter sich hat, sondern auch, weil er ja richtig klasse gespielt hat in den letzten Wochen. Also rookie-award.com und dafür Silas abstimmen. Das würde mich freuen. Und ja, wäre natürlich auch schön für den VfB. Zweimal in Folge den Rookie des Monats zu stellen. Das wäre schon toll. Das Double. Das ist dann das Double. Das erste Double für den VfB. Ja, Wahnsinn. Wir hätten nämlich zweimal den Rookie des Monats gewonnen. Und ja auch, was hat der VfB noch gewonnen? Ich glaube, Pitch of the Year, wegen des Rasens. Ach, stimmt. Ja, das habe ich schon ganz vergessen. Ja, natürlich. Fantastisch. Kaum sind die Fans aus dem Stadion, läuft es auch. Ja, aber da regnet es Titel. Ja, unglaublich. Gut, Sebastian, wir sind durch heute. Ich muss sagen, es war eine sehr holprige Ausgabe. Es lag nicht an unseren Zuhörern, natürlich nicht, sondern es lag an unserer Technik, die heute echt katastrophal war und uns das eine oder andere Mal komplett aus der Bahn geworfen hat. Wir hoffen natürlich, dass das spätestens am Montag behoben wird oder behoben sein wird und wir dann eine normale Ausgabe aufnehmen können und am Dienstag dann wieder live senden können. Tja, wenn nicht, weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Das ist echt eine Katastrophe gewesen heute. Das wird schon. Also ich habe immer noch die Vermutung, dass vielleicht bei mir irgendwelche Kinder auf dem Kabel rumgesprungen sind, auf dem LAN-Kabel. Aber andererseits, auch als die Kinder weg waren, gab es noch technische Probleme. Ja, also es ist schon bemerkenswert, was heute hier abging. Und man muss dazu sagen, so ein bisschen hat es dazu beigetragen, dass ich dann nicht ganz so emotional über Themen wie zum Beispiel die TV-Gelder-Verteilung sprechen konnte und auch den Herrn Devi Selke fast schon verschont habe. Also Devi kann sich hier bei der Telekom bedanken. Okay, also dann sind wir soweit durch, Sebastian. Dich findet man auf Twitter unter atbutze. Da lohnt es sich definitiv mal vorbeizuschauen und dir zu folgen. Und natürlich gibt es weiterhin tolle Artikel auf vertikalpass.de. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter beizutragen zu diesem Podcast und sage deshalb Tschüss, bis Montag. Und ja, genau, macht's gut, bis Montag. Ciao, tschüss. 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 Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018